Hallihallo von Comically, beziehungsweise Lisa, dem Kopfhintercomically. Vielleicht kennt ihr mich durch Instagram oder meinen Blog www.comically.com. Der wird dieses Jahr eins im Mai. Also ich bin noch ganz neu mit dabei und blogge über alles, was mit Comic, Graphic Novels, Film und Fernsehen zu tun hat. Und freue mich, dass ich die Comic Cookies anmoderieren darf. Also wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den Comic Cookies. Cookies, Comic Cookies, lecker. Herzlich willkommen alle miteinander. Das sind mal wieder die Comic Cookies. Das dürfte Folge 118 sein. Ich bin der Andi aus dem Süden. Andi Süd nenne ich mich jetzt mit meinem neues Ego. Und der andere Andi, der nur ein bisschen nördlicher ist als ich, ist auch mit dabei. Servus Andi. Guten Tag. Und außerdem aus ähnlich wenig nördlicher Ecke der Patrick. Hi aus Patrick. Hi. Breedstorm ist leider nicht mit dabei. Der hat spontan absagen müssen, was sehr schade ist. Aber wir werden seine Besprechungen in die Folge integrieren, die er extra noch für uns mit aufnimmt. Von daher nicht wundern, wenn da etwas weniger Interaktion stattfindet. Aber seine Comics, die er jetzt auch vorbereitet hat, die will er natürlich dann auch vorstellen. Und das wollen wir euch nicht vorenthalten. Deswegen kommt das auch mit rein. Wir sind heute wieder in einer normalen Comic Cookies Folge. Nach dem letzten Crossover vom Comics Salon befinden wir uns jetzt wieder in der Phase, wo wir Comics vorstellen. Jeder von uns hat wieder zwei Stück vorbereitet. Und ein gemeinsames Thema haben wir auch noch mit dabei. Aber vorneweg, Comicsong haben wir gerade schon erwähnt. War natürlich eine coole Zeit, würde ich mal sagen. Wir wollen jetzt keinen großen Rückblick daraus machen. Aber ich möchte trotzdem darauf hinweisen, dass natürlich der Andi bei seinem Podcast Der Tele-Stammtisch viele, viele Interviews veröffentlicht. Beziehungsweise in vier Folgen ungefähr 500 Interviews waren es. Oder Andi, wie viele haben es gemacht? Ungefähr so, ja, ja. Ungefähr so. Ich habe es jetzt nicht gezählt, es war eine Menge. Aber freut euch auf vier Ausgaben, die ich dazu machen will. Der eine ist schon raus, die zweite ist in der Produktion und da kommen halt noch zwei. Und da ist jeweils so ein Dutzend Gespräche mit drin. Und die sind zumindest auf ihre ganz individuelle Art und Weise teilweise sehr interessant. Außerdem ist das hier in gewisser Weise eine spezielle Folge, nachdem uns der Breedstorm vor kurzem darauf hingewiesen hat, dass jetzt im Juli 2022 zehn Jahre Comic-Cookies begangen werden kann. Verrückt. Also vor zehn Jahren im Juli 2012 wurde die erste Comic-Cookies-Folge veröffentlicht. Und obendrein ist auch noch zweijähriges Jubiläum von dieser aktuellen Besetzung. Also wir in dieser Vierer-Runde, wir drei plus Breedstorm, haben im Juli 2020 die erste Folge veröffentlicht. Hat sich zufällig tatsächlich so ergeben, dass beide Jubiläen oder beide ersten Folgen so im Juli stattgefunden haben. Ich finde es gut, dass wir das machen. Ich hoffe ihr auch und ich hoffe die Zuhörenden auch. Also, wollen wir mal in die Comics gehen? Bestimmt finden sie das gut, sonst würden sie sich den Quatsch hier doch nicht anhören, oder? Also ihr dürft jetzt, das ist der Moment, wo ihr jetzt gucken könnt, keine Ahnung, auf Social Media oder so, wo ihr uns einfach Feedback hinterlassen dürft. Ihr dürft jetzt schreiben, hier Jungs, das ist so toll, dass ihr das macht und dass ihr jetzt seid, wer ihr seid, ist auch toll. Das dürft ihr alles schreiben. Ihr dürft aber auch natürlich negative Kritik hinterlassen. Und ihr könnt natürlich auch irgendwo so Bewertungskrams machen und Daumen nach oben und so. Mach das mal, das ist voll eine gute Sache und so. Würden wir uns freuen. Ist ja ein Jubiläum. Wo sollen die Leute das denn machen, Andi? Ja, ich würde sagen, auf Facebook, Twitter und Instagram gucken sie mal, ob man da nicht den jeweiligen Comic-Cookies-Account findet. Unsere Website ist ja derzeit noch im, sagen wir mal, Umbruch. Es gibt einen, also wenn ihr euch schlau anstellt, findet ihr was. Das sieht nicht so schön aus, aber ich glaube, man könnte dort tatsächlich sogar in irgendeiner Form kommentieren. Aber macht es besser nicht, weil die Seite gibt es nicht mehr lang. Also macht es auf Social Media. Ihr könnt uns tatsächlich auch E-Mails schreiben. Da haben wir auch eine E-Mail-Adresse. Wie genau die lautet, findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Die dürfte noch funktionieren. Ja, außerdem findet ihr uns ja auch auf Telegram und Signal. Auch die direkten Verbindungen zu den jeweiligen Chatgruppen findet ihr in den Shownotes. Nutzt doch mal die Gelegenheit, Kontakt aufzunehmen. Wir sind eine flauschige Gruppe. Und wir sind auch regelmäßig beim Comic-Stammtisch in Frankfurt vertreten. Also zumindest Andi und ich. Nein, mehr so du. Ich komme auch einmal im Jahr rum. Und der Leger-Legende kommt auch öfter. Kennt den hier noch irgendwer? Ist vorbei, oder? Können die Leute auch über Social Media uns schreiben, ob sie Leger-Legende noch kennen oder nicht. Es gibt bestimmt genug Zuhörende, die Leger-Legende noch in alten Folgen auch gehört haben. Ja, an der Gelegenheit natürlich auch vielen Dank und auch herzlichen Glückwunsch, ob des Jubiläums, an all diejenigen Menschen, die in der Vergangenheit auch diesen Podcast betrieben haben. Jetzt natürlich hauptsächlich der Steffen, der Sepp und der Breedstorm waren die erste Besetzung, die drei. In der Besetzung habe ich sie auch damals noch kennengelernt und dann noch diverse Menschen, die dann in den Folgejahren dann auch mehr oder minder regelmäßig hier mitgemacht haben. Und uns das dann so vor zwei Jahren quasi übergeben haben, beziehungsweise Breedstorm das natürlich dann eben auch als Ur-Cookie mit weitergeführt hat. Okay, wollen wir mal ins Thema gehen und mal über Comics reden, die wir in der letzten Zeit so gelesen haben und die wir für vorstellungswürdig befunden haben. Sei es im positiven oder auch im negativen Sinne. Mal gucken, was wir so dabei haben. Als gemeinsames Thema haben wir ausgesucht Trip mit Tropf von Josefine Mark aus dem Kiebitz-Verlag, der just beim Comics-Salon einen großen Preis gewonnen hat, nämlich den Max und Moritz-Preis für den besten Kinder-Comic heißt die Kategorie, glaube ich. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Josefine Mark hat ja auch noch den E-Com-Preis für ihren anderen Comic bekommen. Murr, der bei Zweifel erschienen ist. Und genau, also Trip mit Tropf, das gemeinsame Thema. Und was haben wir denn noch individuell mit dabei? Patrick, welche zwei Comics stellst du heute vor? Also, ich habe Schattenspringer von Daniela Schreiter und Mademoiselle Jay. Eine Frau, ein Jahrhundert. Das ist die Fortsetzung von, sein Name war Piru, also ein Inspiru-Spezial. Andi, was bringst du mit? Heute erfahren wir, wie mir Freibart von Paulina Stuhlin gefallen hat. Und dann werden wir uns unterhalten über die verlorenen Briefe von Jim Bishop. Bin sehr gespannt, der zweite Titel sagt mir gar nichts. Ich habe dabei die Comic-Reihe Metalheart Meltdown und dann noch eine Faust-Adaption, die auch dieses Jahr erschienen ist bei Zweifel. Und da müssen wir natürlich noch erwähnen, was der liebe Breedstorm hier nachträglich noch zu dieser Ausgabe beifügen wird. Denn der, wie gesagt, ist heute leider verhindert. Also gute Besserung an der Stelle ist gesundheitlich leider nicht dabei. Gesundheitlichen Gründen leider nicht dabei. Und der wird sich mit uns unterhalten, zum einen über den Erdogan-Comic. Der heißt, glaube ich, auch nur Erdogan. Beziehungsweise wird sich nicht mit uns zum Wunder halten, der wird was einsprechen. Er ist erschienen beim Korrektivverlag und war auch nominiert für den Maxim-Moritz-Preis. Ich denke, da gibt es die eine oder andere spannende Anekdote auch zum Salon vielleicht zu erzählen. Mal gucken, ob er das macht. Und er wird endlich beenden seine Reihe zu Spirou. Diese Reihe, die es gab von Emil Bravo oder gibt es Spirou oder die Hoffnung Teil 4 in dem Fall. Und ich glaube, damit ist diese, ich nenne es mal Miniserie, auch abgeschlossen. Ja, ich habe damit gerade angefangen, lustigerweise. Apropos Patrick hat gerade angefangen. Patrick, fang doch mal an und stell deinen ersten Comic vor. Okay. Also ich hatte das Glück, bei Erlang Daniela Schreiter zu treffen. Und bei einer Signierstunde habe ich dann ihren ersten Comic gekauft. Habe mir was reinzeichnet. Und weil bei mir diese Zugverbindung halt so unfassbar geil ist, konnte ich auf den Rückweg von Erlang natürlich direkt den Comic lesen. Und war davon recht angetan. Also es geht darum, mit was für alltäglichen Herausforderungen Autisten quasi leben müssen. Und für mich war das schon eine sensibilisierende Erfahrung, weil Autisten in den Medien ja oft als diese Superhirne dargestellt werden, die einfach nur so ein bisschen aus sich rauskommen müssen, aber im Prinzip quasi bessere Superhelden sind. Und sie räumt da mit diesen Klischees schon sehr viel auf. Klar haben die eine andere Wahrnehmung, aber schon allein, dass sie da mit der Geräuschkulisse um sich rum Probleme hat. Und da dann eher ihren eigenen Lärm um sich rum hat, fand ich schon sehr bewundern. Vor allem, wenn sie dann in einer der größten Hallen in Erlangen dann signiert hat, wo die Geräuschkulisse wirklich artig hart war teilweise. Und ich fand das eben wirklich sympathisch, schnördig. Und wie sie das ganz locker und alltäglich erzählt. Es ist wirklich gutes Lehrmaterial auch für Ärzte, die sich dann mit Autismus auseinandersetzen. Eltern, die vielleicht eine Autismusdiagnose bei ihren Kindern bekommen. Oder auch Leuten, die generell mal ihren Horizont erweitern wollen. Er beschreibt das so lockerflockig, dass es trotzdem, trotz all dieser Belastung, auch noch irgendwie was Lebensbejahendes hat. Und was schön kindlich Naives. Dadurch hat es auch so einen Cartooning-Charakter. Wie sind die Comics da eigentlich präsentiert? Ich kenne die Reihe. Also ich weiß, dass die existiert. Die natürlich wahrgenommen. Aber ich habe sie selber nicht gelesen. Sind das Einseiter, sind das Mehrseiter? Oder ist das pro Buch eine längere Geschichte? Wie ist das eigentlich gestaltet? Nee, das sind Mehrseiter. Sie hat dann zwar so ihre alltäglichen Episoden. Aber sie erzählt quasi aus ihrem Leben. Wie bei einem alten, lustigen Taschenbuch sind dann auch die ersten Seiten farbig. Und danach ist es so schwarz-weiß. Und sie schildert dann wirklich so ganz normale Alltagssituationen und was das für Herausforderungen mit sich bringt. Also dass sie irgendwie so gern lauwarm ist, weil zu warm und zu kalt mag sie auch nicht, dass sie da erstmal gefühlt fünf Minuten abwartet, bis sie dann ihr Essen essen kann. War eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Da verbrennt man sich dann auch nicht die Zunge. Es sind also so mehrere Kurzepisoden in einem Band drin. Verstehe ich das richtig? Okay. Wie lange gehen die jeweils so ungefähr? Ist das immer so eine Seite oder sind es fünf oder zwanzig? Was ist da so? Das sind drei, vier Seiten, teilweise zehn Seiten in der letzten Episode. Also im letzten Band hat sie es dann so gemacht, dass sie mehrere Autisten interviewt hat und deren Storys abgeschlossen hat beziehungsweise gezeichnet hat. Da sind es dann ungefähr fünf, sechs Episoden, damit sie zeigt, was das für ein breites Spektrum sein kann. Weil sie schreibt da in ihrem Vorwort, wenn du einen Autisten kennst, dann kennst du auch exakt einen Autisten. Das äußert sich teilweise wirklich sehr, sehr unterschiedlich, auch in den Herausforderungen, die die bestreiten müssen. Also Band 1 ist so ihre Kindheit, wie sie damit klarkam. Band 2 hat dann ihre Pubertät, wie sie dann auch ihre ersten sexuellen Erfahrungen macht und quasi erwachsen wird. Und in Band 3 interviewt sie andere Autisten und hält dann deren Lebensgeschichten oder Episoden fest. Und das jetzt ohne in Fremdscharmenhumor oder so abzudriften, das wirkt bei ihr ganz authentisch auf eine nette, kindliche Art. Ich weiß nicht, ob du es gesagt hattest, sie hat ja diesen Max- und Moritz-Preis auch gewonnen. Die ist auch ein Publikumspreis, war es, glaube ich, für irgendeinen Teil oder Schattenspringer oder was genau. Nee, nee, für Schattenspringer wird sie es auch bekommen haben. Aber das war für ihr neues Werk Lisa und Leo, das Mädchen und der Alien-Fuchs. Also für Schattenspringer hat sie nicht bekommen, das weiß ich, ich bin mir sehr sicher sogar, weil da meinte Steffen Volkmann, der den nämlich stellvertretenden Vizier auf der Bühne entgegengenommen hat, dass sie es dafür sogar eher noch verdient hätte. Aber sie kriegt eben jetzt erst die Auszeichnung für ein anderes Werk. Wahrscheinlich so dieser Ehrenpreis. Aber ich finde auch, dass sie es für Schattenspringer ja schon allein verdient hat, weil er es wirklich auf eine Art sensibilisiert, ohne zu sehr belehrend zu wirken. Also sie erzählt ganz normal von sich, ohne dass sie jetzt quasi eine Moralpredigt hat und sagt, nee, 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 geht da und da sensibler um. Sie sagt dann eben auch, sie hat so einen gewissen Akku, den hat sie und wenn der aufgebraucht ist und sei es durch zu viele Menschenkontakte, dann kann sie erst mal nicht mehr und muss sich zurückziehen. Und wenn man die sieht, fällt einem das gar nicht mal so sehr auf, wenn man nicht drauf achten würde. Ich habe es auch so wie im Twitter-Kanal immer mal mitbekommen in der Vergangenheit, dass sie dann auch häufiger mal geschrieben hat, dass sie eben, wenn sie mal bei so Veranstaltungen ist wie dem Comicsalon, dann auch immer zwischendurch sich zurückzieht beziehungsweise, wie du es ja auch schon gesagt hast, solche Signierstunden dann eben nur sehr sporadisch auch nur abhalten kann, weil die Überforderung dann teilweise wohl doch sehr stark ist, dann eben mit vielen Menschen und großer Geräuschkulisse etc. Ich finde es ein super spannendes Thema. Ich sollte die eigentlich auch wirklich mal lesen, die Comics. Also ich fand das auch schon interessant, als der erste Band da rausgekommen ist. Aber wie so vieles, ich hatte meine Finger noch nicht dran an den Büchern. Ich fand das eben auch super sympathisch. Ich habe da echt nur so ein paar Zahlen bei Twitter hochgeladen dafür und sie hat das direkt geteilt. Bin ich kurz spazieren gelaufen und in dem Moment haben das auf einmal nach dem Spaziergang 140 Leute gelaget und es wurde wirklich sehr oft weiter geteilt. Ja, doch geteilt. Also da war ich schon sehr überrascht auch vom Feedback. Ja, da scheint es eine sehr starke und enge Community auch zu geben, so rund um diese Comics und wahrscheinlich generell auch so um das Thema Autismus. Ihr Twitter scheint da immer recht lebendig zu sein, auf jeden Fall. Vor allem, sie ist ja auch öfter bei Orkenspalter, bei Dungeons & Dragons Runden, bei Mairi Stritter vertreten. Also sie hat mittlerweile auch schon gut ihren Weg in den Mainstream beziehungsweise in nerdige Plattformen gefunden. Und das gönne ich ihr. Das Mainstream-Medium Orkenspalter. Okay, cool. Also, ja, wer es noch nicht gelesen hat von Patrick, auf jeden Fall eine dicke Empfehlung. Und Andi und ich empfehlen es einfach direkt mit, auch wenn wir es selber nicht gelesen haben. Aber ich denke, der Andi stimmt mir zu, dass das auf jeden Fall eine gute Sache ist, sich da auch mal in eine Welt einzulesen, mit der man vielleicht selber noch nicht so richtig viel Kontakt hatte oder tendenziell vielleicht auch gar keinen Kontakt, außer, dass wir damals Rain Man gesehen haben, als der ins Kino kam und ich klein war. Vor allem, wenn so ein Splatter-Freund wie ich dadurch sensibilisiert wird, dann wirkt das auf andere vielleicht noch mal intensiver. Dann gehen wir mal zu Splatter-Freund Andi und fragen den, was der so dabei hat. Was stellst du uns als erstes vor? Wir fangen an mit Freibad von Paulina Stuhlin. Und liebe Paulina, die eigentlich aus ihrem Werk, ich glaube, Bei mir zu Hause heißt das, oh Gott, jetzt bin ich schlecht vorbereitet, war sie auch für den Max und Moritz-Preis nominiert, erschien auch schon beim Jaja Verlag und konnte dann leider aus gesundheitlichen Gründen nicht an diese Lesung dann halt in Erlangen geben. Die hat hier was umgesetzt, was letztlich eine, wenn man so will, Drehbuchinterpretation von einem Film ist, der jetzt auch die Tage ins Kino kommt. Ich weiß gar nicht genau, wann da der Start ist. Freibad, der Comic von Paulina Stuhlin, zum, wenn man so will, gleichnamigen Film von Doris Döhrie. Auch wieder erschienen bei Jaja. Und ich habe die Tage noch ein Gespräch mit der Annette Köhn. Und die war so frei, mir diesen Comic zuzuschicken. Und ich habe mich schon gefragt, warum macht die das? Ich hätte das gar nicht so angefragt. Natürlich werden wir auch drüber reden, weil die Annette kriegt gerade vorne und hinten überall irgendwelche Preise irgendwie. Und Freibad ist vielleicht auch wieder so ein potenzieller Preisträger. Aber dann ist mir aufgefallen, und das würde erklären, warum ich auch bei dem ein oder anderen Pressekollegen diesen Freibad gesehen habe, hier ist eine lose Seite drin. Wenn Comics bei mir in der Wohnung rumliegen, dann spielen meine Kids manchmal damit. Und in dem Fall war dann irgendwann dieser Comic. Und auf diesem Comic, da lag eine Seite drauf rum. Und das hat mich schon so ein bisschen schockiert, weil Mist, rausgerissen, voll blöd, wollen wir nicht und so. Aber dir ist einfach irgendein Druckfehler passiert. Ich weiß nicht, ob das die ganze Auflage betrifft oder nicht, aber irgendeine Seite war es hier, fack mich gerade nicht welche. Ist hier auf jeden Fall zweimal drin, dafür fehlt eine andere. Und aus dem Grund könnte ich mir vorstellen, dass es hier gerade sehr viele Presseexemplare gibt von Seite genau 240. Spannendes Thema, wollt ihr wissen? Habe ich gelesen, fand ich gut. Denn Freibad ist auf jeden Fall der perfekte Comic für den Sommer, für die Freibad-Saison. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gerade sind so irgendwas zwischen 35 und 40 Grad hier bei mir. Und es ist schon ganz schön warm. Wir sind gerne im Freibad. Und zum Glück spielt ein Großteil dieser Handlung hier in einem Freibad. Und nicht irgendein Freibad ist ein reines Frauenfreibad. Hier darf man also nur rein, wenn man sich als Frau identifiziert. Und jetzt sind Frauen nicht gleich Frauen. Davon gibt es ganz unterschiedliche, wie ihr vielleicht schon gehört habt. Da sind welche dabei, die sind super feministisch unterwegs. Da sind welche, die unterwegs, die fühlen sich irgendeiner Religion besonders zugeordnet und müssen dann zum Beispiel eher verschleiert, teilverschleiert, vollverschleiert, im Burkini oder eben auch nicht in so ein Freibad gehen. Und Männer haben natürlich totales Zutrittsverbot. Und wie reagiert dann zum Beispiel die Generation von Frauen auf die anderen Frauen, die verschleiert sind, wenn die selbst in eher jüngeren Jahren zum Beispiel für die Frauenrechte protestiert haben. Und wenn es da wirklich einfach zur Demonstration kam und eben diesen feministischen Ansatz, wenn die denen halt eigentlich bis heute leben und wie reagieren die aufeinander. Das ist so ein bisschen das, worum es hier geht. Ich werde jetzt nicht anfangen, zu viele einzelne Charaktere, denn das sind eine Menge, des Buchs vorzustellen. Aber ihr solltet wissen, dass hier verschiedene, ich möchte sagen, Ausgebildete, nicht Ausgebildete, aber verschiedene, gerade von Feministinnen aufeinandertreffen und dass hier auch rassistische Fragen eine Rolle spielen. Gibt es auch sowas wie negativen Rassismus? Wenn sich also jemand für eine scheinbare Randgruppe super intensiv einsetzen möchte, kann das nicht vielleicht auch nach hinten losgehen, weil vielleicht haben diese Leute es gar nicht verdient. Ich möchte hier mal ein konkretes Beispiel auch mal rauspicken, um mal klarzumachen, was für unterschiedliche Frauen hier letztlich in diesem Comic drin sind. Es ist der Fall, alle schwimmen, irgendwie liegen sie auf der Wiese rum, lassen sich die Sonne auf die Körper scheinen und es ist eigentlich alles ganz schön und plötzlich passiert halt dieses total Eklige, dieser Moment, wo die Kacke im Wasser schwimmt. Wie kommt bitte jetzt diese Kacke in das Wasser? Wer könnte das alles gewesen sein? Das ist relativ schwer zu beantworten, denn keiner gesteht es ein. Ist es entweder der kleine sechsjährige Junge, der eigentlich nichts mehr im Bad verloren hat und von seiner Familie in ein Bikini gesteckt wird, damit er da nicht als Junge auffällt? Ist es der Hund von der paarundfünfzigjährigen, nennen wir sie mal Ex-Feministin, die ganz gut damit zurechtkommt, dass sie eigentlich von ihrem Mann, wenn man so will, ausgehalten wird, aber die Ehe eigentlich nur noch so nebenbei läuft und man sich so ein bisschen in den, sagen wir mal, einsamen Alltag hineingelebt hat? Also war es ihr Hund? Oder waren es vielleicht die Neuen im Bad? Nämlich die, die nicht nur etwa im Burkini kommen, Burkini ist ja letztlich einfach so eine Art Ganzkörper-Neopren-Anzug mitten in diesem Kopfüberwurftuch, nenne ich es mal, sondern die, die es noch einen Schritt krasser machen, die dann auch noch das Gesicht irgendwie verschleiern, da gibt es wohl eine besondere Abstufung von Burkinis, sind es vielleicht diese Neuen Frauen im Bad, denn die sind ja schließlich die Neuen und die sind ja schließlich ganz besonders krass, wie auch immer das im Detail bedeuten soll und da gibt es halt dann diese Auseinandersetzung über diese dort im Wasser schwimmende Kacke, die wirklich echt überall herkommen könnte und deswegen streiten diese Frauen sich aus, kommt zur Prügelei und man bockt sich richtig böse und so und darum geht es, ist eine von vielen Szenen, wir haben hier mehrere Tage im Freibad, die wir hier erleben, wir haben natürlich dann auch Bademeisterin, die aber eigentlich gar keinen Bock hat, bei 35 Grad da oben zu sitzen und auf Menschen aufzupassen, die ihr völlig egal sind, wir haben eine Person an der Kasse sitzen, wir haben eine Person, die ist scheinbar als Subunternehmerin dort im Restaurant tätig und passt ihre Preise und auch ihre Mahlzeiten, also was sie anbieten kann, natürlich aber auch den Leuten an, die da eben hinkommen und was für Gruppierungen bilden sich da und so und darum geht es hier und das Besondere letztlich und da weiß ich natürlich nicht, was die Drehbuchvorlage in dem Fall schon hergegeben hat, ist es, wie Paulina es hier erneut schafft, diese feinen Nuancen der zwischenmenschlichen Interaktionen darzustellen, durch Mimik, durch Gestik, vielleicht auch durch Wortwahl und gerade wenn es um Wortwahl geht, wird vermutlich viel im Drehbuch schon gestanden haben unter Umständen war genau deswegen auch Paulina eine ganz gute Wahl für diesen Comic. Ich weiß nicht genau, wie die Entstehungsgeschichte hier in dem Fall gewesen ist, ich weiß nur, dass sie selbst am Drehort, der irgendwo und nirgendwo ist, keine Ahnung, auch da war, um letztlich das Setting des Freibads und wie das Drehbuch gedacht ist und so schon irgendwie auch verinnerlichen zu können und hier dann das relativ eins zu eins, wie wir wohl auch im Film darstellen zu können. Ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt nicht, wo die Unterschiede zum Film liegen, ob die wirklich so gravierend sind. Natürlich werden die Figuren jetzt punktuell anders aussehen im Film, weil sie eben durch SchauspielerInnen dargestellt werden, als jetzt hier im Comic. Aber ob da jetzt inhaltlich wirklich noch ein Mehrwert passiert, wenn man sich das Ganze als Film anschaut, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten. Es ist eine sehr einfühlsame Geschichte, zu keinem Zeitpunkt langweilig, langweilig, hat ja auch was um die 270, 80 Seiten oder so. Also ist mal wieder ein riesen Ding, was die Paulina da gemacht hat. Auch in einem Strich, also die Figuren und auch das Artwork ist letztlich genau dasselbe, wie das, was wir zuletzt bei, ich glaube es war bei mir zu Hause, hieß das, was da zuletzt bei Jaya erschien. Ist genau dasselbe, auf genau dieselbe Art und Weise präsentierte Personen mit auch der Frage, wie macht sie, keine Ahnung, das Lineart heißt es glaube ich. Ja, also wie sind da letztlich die Grenzen zwischen verschiedenen Gegenständen und Figuren und so. Das ist alles genau dasselbe. Es ist bunt, es ist schön, es ist einfach, wie ich schon zu Beginn sagte, das perfekte Freibad-Comic, aka Sommercomic. Und natürlich insofern auch interessant, weil es halt wirklich diesen sehr feministischen Ansatz hat, der aber nicht so mit erhobenem Zeigefinger, sondern tatsächlich eher erklärend, nachvollziehbar, erhellend vielleicht sogar, auf mich zumindest ein Stück weit wirkte. Deswegen von mir aus klare Empfehlungen für Freibad erscheint aktuell beim Jaya Verlag. Yo, Andi, du bist ja auch bestimmt jemand, den ich jetzt überzeugen konnte. Mich musstest du gar nicht so richtig überzeugen. Also ich habe tatsächlich noch nichts gelesen von Paulina Stuhlin, bin aber sehr, sehr interessiert daran, ihre Sachen zu lesen, habe mich ein bisschen damit beschäftigt und habe natürlich auch mitbekommen, es war ja schon fast ein Hype, um bei mir zu Hause. Und der Breedstorm hat ja jetzt zuletzt auch noch ein paar Sachen von ihr gelesen und war ja auch sehr begeistert. Und ich fand dieses Freibad-Projekt auch sehr spannend. Also ich habe, sie war ja vor nicht allzu langer Zeit im Comic-Talk zu Gast und ich meine auch im Interview mit Tilman Kurt, die machen ja auch immer diese Kurz-Interviews dann teilweise immer noch mit den Gästen. Und fand sie da sehr interessant, fand die Sachen sehr interessant und sie hat auch ein bisschen über Freibad gesprochen und wie das entstanden ist und wie es dazu kam. Und an sich finde ich solche Projekte auch immer sehr spannend, wenn so Film und Comic quasi gleichzeitig entstehen. Also wenn dann einfach vom gleichen Drehbuch in zwei unterschiedlichen Medien das dann umgesetzt wird und dann man dann so als Lesende oder Zuschauende dann hinterher gucken kann, okay, wie hat Doris Dörrier das jetzt filmisch umgesetzt und wie hat Paulina Stuhlin das als Comic umgesetzt von der gleichen Vorlage her eigentlich. Das finde ich so als Medieninteressierter auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit. Also ja, ich möchte das lesen. Ich möchte ihre anderen Comics auch lesen. Ich bin aber, wie gesagt, bisher noch nicht dazu gekommen. Aber du wirst dir bestimmt auch den Film anschauen, Andi, oder? Und dann wirst du bestimmt mal einen Vergleich ziehen. Ich denke, das ist was, wo man vermutlich sogar auch einen Pärchenabend draus machen kann. Also ich will es nicht ausschließen, dass es passiert. Du hast ja über den Tele-Stammtisch ja immer mal wieder Zugriff auf Filme zum Besprechen. Darum dachte ich, da ergibt sich das bestimmt bei dir dann auch, dass du da vielleicht mal zumindest mal reinguckst und mal ein bisschen Vergleiche ziehst. Immer machen, ja. Es wirklich ist toll. Patrick, wie sieht es bei dir aus? Hast du Bock? Du hattest mich schon bei im Wasser schwimmen, na kacke. Und ich habe gerade den Termin recherchiert. Der kommt lustigerweise an meinem Geburtstag raus, also am 1.9., wenn die Daten da von Filmstarts stimmen, kommt das am 1.9. quasi ins Kino. Der sah wirklich auch vom Trailer her interessant aus. Ich bin öfter auf den Trailer gestoßen, weil ich bei der Wärme auch ganz gern im Kino sitze und da die 40 Grad besser im Kino aushalte oder bei mir in der Kellerbude. Aber es hat anscheinend auch, wie du es angedeutet hast, so eine leicht kritische Version zur Vokeness auch. Also ob es positiven Rassismus gibt oder nicht, klang hier ein bisschen heraus. Ich bin wirklich gespannt, ob das tatsächlich was ... Stell dir vor, es wäre 1 zu 1 dieselbe Geschichte, nur eben in einem anderen Medium, weil es als Film tatsächlich die Möglichkeit hat, total blöd zu werden. Also im Sinne von lächerlich und peinlich und unangenehm und guck mal hier, deutsche Komödie und so. Und als Comic hatte ich diese Momente, dieses fremdschämige so in der Form, und da gibt es wirklich jede Menge Szenen, die sich da anbieten, eben nicht. Eigentlich wäre das mal gucken. Also ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie die filmische Umsetzung ist. Also der Andi hat jetzt damit quasi eine Sonderfolge versprochen, wo er im Detail Comic und Film miteinander vergleichen wird. Ganz tiefe Analyse. Genau, wir setzen uns dann mal an Geburtstag ins Kino und schauen den Film, klar. Auf jeden Fall. Dann gehe ich mal weiter und stelle meinen ersten Comic vor, beziehungsweise die Comic-Reihe Metalheart Meltdown. Bisher erschienen in physischer Form drei Bände. Die Reihe ist von Professor Dr. Lachfinger, eine junge Dame, die unter dem Namen Professor Dr. Lachfinger veröffentlicht. Und zwar in einem Wort geschrieben Prof Dr. Lachfinger. Wer das auf den sozialen Medien suchen möchte. Die Reihe erscheint online auf Tapas und ist dann eben in gedruckter Form im Selbstverlag herausgebracht. Kann man im Store-Envy-Shop von Professor Dr. Lachfinger kaufen, beziehungsweise ich habe die Bände jetzt eben auf dem Comic-Salon mitgenommen. Und Metalheart Meltdown ist eine, wie es heißt, a gay heavy metal comic, ein schwuler heavy metal comic auf Englisch, deswegen a gay heavy metal comic hinten drauf. Er spielt auch in England. Es geht um einen Bassisten in einer englischen Metalcore-Band, der schwul ist, das aber nicht komplett öffentlich lebt. In der Band ist auch sein Zwillingsbruder mit dabei. Der weiß das, also seine Familie weiß das, aber die Bandkollegen wissen das alle nicht. Und das sind natürlich auch alles langjährige Freunde, aber er hat sich denen gegenüber eben bisher nicht geoutet. Dann gibt es einen weiteren Charakter namens Rob. Der ist auch ein Musiker, aber so auf Amateur-Ebene. Und der ist großer Fan von der Band Black Frost und auch von dem Bassisten Charlie, dem schwulen Bassisten. Der hat sich so ein bisschen in den auch verguckt und ist so ein bisschen tour-groupy. Und Rob wiederum lebt öffentlich schwul. Aber er weiß das natürlich von Charlie nicht, weil Charlie ja nicht öffentlich schwul lebt. Und die zwei treffen sich dann auch so und lernen sich kennen und wissen voneinander nicht so richtig, ob der jeweilig andere schwul ist. Aber sie finden sich interessant, sie haben Interesse aneinander, aber stecken so ein bisschen in dieser Zwickmühle eben, sich gegenüber nicht geoutet zu haben und bei Charlie eben dann auch, sich gegenüber seiner Band nicht geoutet zu haben. Gleichzeitig ist Black Frost, kommen gerade von einer relativ erfolgreichen Tour, die sind gerade so am richtig durchstarten, also sind schon so am Beginn des richtig erfolgreich werdens und von der Musik dann auch leben können und gehen ins Studio, um ein neues Album zu schreiben. Und Charlie möchte so ein bisschen mehr sozialkritische Themen reinbringen und eben auch vielleicht so ein bisschen dieses Unterdrückung von Schwulen und LGBTQI-Menschen und von Transmenschen und von Menschen mit Behinderung etc. Und der Sänger ist da sehr stark dagegen und das ist nicht Metal genug und das ist zu sehr Punk. Es gibt ja immer diesen Kampf zwischen Punk und Metal und Punk hat immer so diese sozialkritischen Texte und bei Metal geht es um andere Themen. Und ansonsten, sie sind natürlich auch immer so ein sehr männliches Backstage-Gehabe und dann noch Mädels aufreißen und so und ja, Charlie in seinem heimlichen Schwulsein steckt also eben auch in diesem Konflikt mit drin und es gibt also diese Konflikte innerhalb dieser Band bei den Aufnahmen zu der neuen Platte, wo man nicht so genau weiß, in welche Richtung man gehen will, so kurz vor dem richtigen Erfolg. Und dann eben diese zwischenmenschliche Ebene zwischen Charlie und Rob, die sich gut finden, die miteinander rumhängen, aber sich zumindest in diesen ersten drei Bänden gegenüber eben noch nicht als schwul geoutet haben. Es ist also eine fortlaufende Geschichte. Der vierte Band soll voraussichtlich dieses Jahr noch rauskommen. Die sind in gedruckter Form auch so im Jahresabstand quasi rausgekommen. Also der erste Band 2019 und dann 2020 und 2021, die Bände 2 und 3. Von daher wäre es jetzt 2022 quasi auch Zeit für den vierten Band. Wie lang die ganze Geschichte exakt laufen wird, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht, ob Professor Lachfinger das schon so richtig geplant hat. Es ist farbig. Es ist ein Zeichenstil, der Zeichenstil ist das, was mich zuerst mal darauf hingezogen hat auch. Ich habe das, ich glaube, über Dozer Draws wahrscheinlich, über Twitter oder Instagram auch irgendwie so mitbekommen. Die kennen sich und deswegen folgte ich dem Instagram-Account schon eine längere Weile und habe dann jetzt die Gelegenheit beim Comics-Salon ergriffen, eben auch mal die Comics mitzunehmen. Also es ist ein farbiger Zeichenstil, der so ein bisschen in die cartoonige Ecke geht. Das ist so ein bisschen so dazwischen, zwischen cartoonig und realistisch. Es ist auch, naja, so annähernd explizit. Also es wird vor Nacktheit jedenfalls nicht zurückgeschreckt. Es ist jetzt nicht komplett Hardcore-Porno, aber es ist schon durchaus, also nackte Männer und auch der ein oder andere sexuelle Akt zu sehen. Mich hat, als ich den ersten Band gelesen habe, haben mich so verschiedene Elemente direkt überzeugt gehabt, was so Comic-Erzählen angeht. Also so, es gab so eine Szene, da ist dann Charlie mit seiner, mit einer Freundin und Bandkollegin von ihm in einem Pub und die Band Black Frost kommt dann eben auch in das Pub rein und Charlie sieht die eben so reinlaufen und auch als Leserin sieht man diese Band reinlaufen und sieht wie, also dass die sich unterhalten, aber man hört nicht, was sie sagen und dann hat Professor Dr. Lachfinger den Figuren eben so leere Sprechblasen gegeben, die auch eigentlich nur so Kringel sind, also die auch, die nicht weiß sind, sondern quasi durchsichtig sind, so angedeutet Kringel, die auch so ein bisschen, ja, bis sie fast schon hingeschludert sind, die auch so, für mich so diese, so ein bisschen so eine schwummerige Atmosphäre in dem Pub und eben so dieses, dieses Verschwommene der Wahrnehmung quasi, so dieses, ich weiß, da wird was gesprochen und ich höre vielleicht auch irgendwie Geräusche, aber ich höre eben den Text nicht, der gesprochen wird, also das hat das für mich sehr, sehr gut rübergebracht und in einem der anderen Bände gibt es eine Szene, da hat man so eine größere Draufsicht, auch wieder auf dem Pub, wo dann Konzert stattfindet mit mehreren Menschen und da sitzt dann Charlie alleine an der Bar und damit man diesen Charakter dann aber auch wirklich direkt erkennt, dass das Auge da auch wirklich so hinzieht, ist dann um diese Figur, zumindest um die halbe Figur, nochmal so eine extra Linie gezogen, nochmal so ein extra Outline in einer anderen Farbe und das passiert so ganz unterbewusst, dass das Auge da komplett direkt auf diesen Punkt gezogen wird, obwohl es auch so am Rand des Panels ist, das ist glaube ich so eine halbe Seite oder so, aber dieser eine kleine feine Strich, diese eine feine Umrandung um diese Figur, bewirkt, ist, dass das Auge sich da sofort hinzieht und dass man dann da sieht, ah ja, da sitzt die Figur, mit der ich den Comic verbringe, die anderen Figuren sind einfach alles Gäste in diesem Pub, aber da ist so die Hauptfigur in diesem Moment und ja, es sind so eben diese kleine Feinheiten in den Zeichnungen und in dem Einsatz von so Comic-Elementen, die mich da komplett überzeugt haben, also ein sehr, sehr sympathischer Comic, den ich also auf jeden Fall empfehlen möchte und ich habe auch, ja, mich schon mal angemeldet bei Professor Dr. Lachfinger in der Zukunft, dass wir vielleicht mal ein Gespräch mal führen, vielleicht wenn Band 4 rauskommt, dass wir mal intensiver über diese Comics sprechen. Ja, es ist natürlich so, man lässt sich dann immer, glaube ich, leicht von sowas wie schwuler Metal-Comic, ich bin nicht schwul, ich interessiere mich nicht für Metal, also ich rede jetzt nicht von mir persönlich, sondern so ganz generell, wem empfiehlt man so einen Comic und wer lässt sich von so einem Comic dann auch einnehmen oder wer lässt sich eher abschrecken davon, wenn er hört, okay, schwuler Metal-Comic, kann ich nichts mit anfangen. Wie geht euch das so? Ist das prinzipiell interessant oder noch nicht so richtig überzeugend, Andi, sag mal. Ach du, ich habe vor kurzem vom Insektenhaus Verlag einen Comic zugeschickt bekommen, irgendwie mein schwuler, nerdiger Freund oder sowas hieß das, keine Ahnung, will ich nichts Falsches sagen, und das war halt zum Teil sehr explizit, aber auch da hatte ich beim Durchblättern das Gefühl, es ginge gar nicht so darum, jetzt hier einen sonderlich expliziten Erotik-Comic zu präsentieren, sondern mehr so ein bisschen dieses Zwischenmenschliche und ich denke, dass das hier auch bei deinem Metal-Heart-Melddown der Fall sein könnte. Das heißt also, es mag eine schwule Geschichte sein, aber es ist vielleicht trotzdem noch eine gute Geschichte und deshalb allein könnte es was sein, was mich interessiert, denn unter Umständen ist das ja ein Comic mit diesem Charakter-Fokus und weniger mit dem Gay-Fokus. Und weil es das so sein sollte, wäre das was, was ich mir auf jeden Fall geben würde. Und wenn dann als Krönung des Ganzen noch dieses Metal, sagen wir mal, dieser Musikrichtung einfach da oben drauf kommt, die mich ja sehr anspricht, dann wäre das schon was, da würde ich auf jeden Fall reingucken, denn machen wir uns nichts vor. So aufgeklärt die Kunstwelt, die Musikwelt und meinetwegen auch die Metal-Welt punktuell ist, heißt, es ist wahrscheinlich dann doch noch nicht so super selbstverständlich, in irgendeiner Form dann auch zu outen, könnte ich mir vorstellen, dass du da halt unter Umständen in einer Atmosphäre bist als schwuler Mann, in der du dich nicht immer willkommen fühlst, könnte ich mir vorstellen, weiß ich gar nicht so genau, bin da nicht so drin, ähnlich wie beim Fußball vielleicht. Und unter Umständen wäre das auch wieder so ein Aspekt, da hätte ich halt Bock drauf, das wären alles Punkte, die würde ich in diesen Comics suchen, uns mir auf jeden Fall angucken. Ganz kurz vielleicht nochmal als Rückfrage, Metal selbst, lernen wir irgendwas über Metal in diesem Comic oder spielt das nur eine untergeordnete Rolle? Erstmal noch ein kurzer Kommentar zu deinen Ausführungen, ja, also ich würde den Comic auch eher so in die Slice-of-Life-Ecke stecken, von daher so dieses Zwischenmenschliche und einfach so diese Gefühle und Hindernisse im Leben so quasi, das steht da durchaus absolut im Vordergrund. Also man lernt jetzt nicht wahnsinnig viel über Metal, aber die Comics kommen auf jeden Fall komplett aus einer sehr authentischen Ecke. Professor Lachfinger ist großer Metal-Fan, geht auf Festivals, hört Musik, ist auch im Auftreten mit Metal-Kutte unterwegs und das ist nicht aufgesetzt, sondern das ist richtig echt und das merkt man im Comic durchaus auch an. Also die Comics sind auch teilweise so durchzogen von Metal-Texten, also sind so Liedtexte eingewoben in die Erzählung und das sind dann Sachen so aus den 80er Jahren, aus den 70er Jahren, also so richtig klassischer Metal von Accept, von den frühen Scorpions ist was mit dabei, die Comics, die Comics vorangestellt ist meistens oder ich glaube sogar immer ein Zitat von, aus einem Judas Priest Song und die Comics sind Rob Halford, dem Sänger von Judas Priest gewidmet, Rob Halford, ist so der, das große Beispiel für den schwulen Metal-Sänger, der natürlich auch am Anfang, wo die Leute das natürlich auch am Anfang nicht wussten, dass er schwul ist, der aber sehr, sehr stark diese ganze Lederästhetik so aus der schwulen Szene in den Metal gebracht hat und der Metal hat das übernommen, ohne zu wissen, dass Rob Halford schwul ist und er das Ganze so aus der, aus der schwulen Szene eigentlich in den Metal getragen hat. Das heißt, er ist ja wirklich so das, das Paradebeispiel, irgendwie so die, die große, die Galionsfigur für, für Schwulsein im Metal, aber ich glaube ansonsten, ähm, hast du da glaube ich schon so ein bisschen recht, dass, äh, dass trotzdem jetzt nicht die, die, die Norm ist, dass jetzt halt im Metal, ähm, Schwulsein so, dass, dass das ganz große Ding ist und dass das, ich vermute mal, ich bin ganz klar, weil sie natürlich auch nicht, auch eher noch so ein bisschen zurückgehalten wird, ähnlich wie das im, im Sport auch ist oder im Fußball auch ist. Also, es ist jetzt keine Metal-Historie, aber es sind eben Elemente drin, die, ja, so sehr, sehr stark aus dem, aus dem Metal kommen und dem Ganzen auch so eine, so eine Erdung im Heavy Metal auch geben, ja. Patrick, wie stehst du zu Heavy Metal und diesen Comics? Magst du gar nicht, Gap Hettig, Metal und Du, es wird nichts mehr. Nee, nee, ich hab sogar Judas Priest mal live gesehen, bei Wacken, ich weiß nicht mehr, wann das war, aber da hat er aus seiner Homosexualität wirklich gar kein Geheimnis mehr draus gemacht, er ist mit dem Motorrad auf die Bühne gefahren und hat sich da quasi auspeitschen lassen, da haben wir schon gedacht, ah ja, ja, jetzt hat er es von der Show her wirklich übertrieben, da wollte er schon damit wirklich provozieren und ja, ich bin wirklich ein guter alter Metalhead, also schon allein deswegen wird mich das ansprechen und ich bin auch interessiert, wie sehr die dann mit diesem Klischee der Männlichkeit spielen. Ich wollte auch die ganze Zeit schon sagen, ja, das erinnert so dermaßen an Judas Priest und dann hast du es auch direkt gesagt, ich bin schon mal leicht angefixt, auch wenn das nicht unbedingt so mein Thema ist, aber Metal umso mehr. Kann man sich wie gesagt auf Tapas auf jeden Fall mal anschauen. Das wollte ich gerade mal fragen, hast du es mal auf Tapas reingelesen? Und wenn ja, hast du nicht, okay. Ich wollte, also ich habe ja die Tapas App auf dem Telefon, aber in der App wird der Comic nicht angezeigt, sondern nur auf dem Desktop. Ich weiß nicht aus welchen Gründen, ich weiß nicht, was da dahinter steckt und am Desktop bin ich noch nicht dazu gekommen, da habe ich es mir noch nicht angeschaut. Von daher, ja, ich weiß auch gar nicht genau, wie viel da auf Tapas veröffentlicht ist, wie das genau läuft, wie viel da vielleicht schon mehr raus ist, als jetzt in diesen drei Bänden, wie da der Veröffentlichungsrhythmus ist. Bin ich ehrlich gesagt nicht direkt informiert, ich habe jetzt einfach diese drei Bände auf dem Salon mitgenommen und gelesen. Okay, dann würde ich sagen, ist jetzt ein Moment für den Einspieler gekommen, oder? Lassen wir mal den Breedstorm reden. Und der wird uns jetzt hier was zu Erdogan erzählen. Ich glaube, es geht nicht darum, dass Breedstorm jetzt den Wikipedia-Artikel vorliest, sondern um den ebenfalls für den Max und Moritz preis nominierten Comic. Also ich weiß nicht, ob er die Anekdote da jetzt reinpackt, aber ich sage mal, das ist ja nun auch ein kritischer Comic und die Person, die den gemacht hat, die stand unter Personenschutz auf dem Salon. Das war schon sehr beeindruckend. Auf negative oder positive Art und Weise will ich mir jetzt gerade nicht festlegen. War er wegen dem oder wegen Söder dieses ganzen Helikopter da, die über Erlangen rumgeflogen sind? Vielleicht beide? Wer weiß. Also Comic ist ein politisches Medium offensichtlich. Jetzt also viel Spaß mit dem Einspieler zu Erdogan. Woo! Freunde der Sonne, wie euch wahrscheinlich die drei lustigen Herren schon erzählt haben, konnte ich zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts leider nicht dabei sein, weil mir wirklich die Rübe etwas gebrannt hat. Dieser Körper ist einfach nicht für tropische Temperaturen bestimmt, also da war ich wirklich platt und wenn es mir nicht so gut geht, da bin ich kein sonderlich guter Gesellschafter. Deswegen nehme ich das heute mal Söle auf. Der erste Band, den ich vorstelle, hat einen Bezug zu Erlangen. Denn ich habe, das ist so eine Art guilty pleasure von mir, an der Max- und Moritz-Preis-Verleihung teilgenommen, beziehungsweise habe sie mir angeschaut, wie ich das eigentlich immer mache, wenn ich in Erlangen bin, weil es wirklich ja für mich interessant zu sehen ist, was dort alles passiert, auch wenn es natürlich sehr, sehr lang ist, ich nicht unbedingt ja ein Freund bin von 50% des Moderatoren-Teams und außerdem die Musik auch nicht bräuchte, aber trotzdem ist es stets so, dass ich halt gerne hingehe und unterm Strich dann mir ein gutes Bild von allem auch machen kann. Dieses Mal saß ich etwas anders als sonst und habe mich zunächst gefreut, weil ich ein bisschen mehr Beinfreiheit gehabt habe, aber ich war da ein bisschen überrascht, weil plötzlich neben mir jemand saß, den ich nicht zuordnen konnte. Ich war gerade dabei, mich mit zwei Österreichern darüber zu unterhalten, ob die gegebenenfalls die Heller übernehmen in Österreich. Da habe ich nur ein Na, die können es behalten erhalten und da setzte sich jemand neben mir, den ich nicht zuordnen konnte. Ein älterer Herr der offensichtlich eine Übersetzerin dabei hatte und ja noch ein paar andere Menschen, die da in dieser Entourage mit dabei waren. Da waren wir relativ überrascht, habe mich dann mit den österreichischen Sitznachbarn darüber unterhalten. Wo ist das denn? Deniz Jützel, habe ich gesagt. Nee, also das, dem würde ich noch erkennen und als dann plötzlich die verschiedene Preiskandidaten aufgerufen wurden und ein bestimmtes Buch aufgerufen wurde, gab es plötzlich aus dieser Ecke frenetischen Applaus von meinen Sitznachbarn und damit war dann klar, wer das war und zwar war das der Herr Can Dündar. Das ist ein türkischer Journalist, der aber mittlerweile in Berlin lebt, weil er nämlich in der Türkei vor Haft und auch vor dem Tod fliehen musste. Er hat lange Zeit neben vielen anderen Sachen war Reporter für die Kuben Hürriert und nicht immer waren das regierungsfreudige Kolumnen, die er geschrieben hat und war mit Haft bedroht wohl, war außerdem ist ein Mordanschlag auf ihn ausgeübt worden. Seine Frau und sein Anwalt konnten ihn dann noch retten, weil er sollte erschossen werden und demzufolge lebt er jetzt in Berlin, wie ich dem in seinem Wikipedia-Artikel entnehmen konnte und der hat den Comic Erdogan gemacht, den ich schon länger mal gesehen hatte und hab immer gedacht, ist das jetzt was für mich, ist das nichts für mich und natürlich wenn man den direkten Bezug hat, sitzt daneben, hat ein bisschen was gehört von der Vorstellung des Comics durch die Moderatoren, dann ist das Interesse plötzlich natürlich um wesentlich gesteigert, er hat dann natürlich keinen Max und Moritz-Preis gewonnen, ich glaube, er ist in derselben Kategorie gestartet wie Dragman, was ich natürlich sehr schwierig finde, weil das natürlich, ja, passen diese zwei Sachen zusammen in eine Kategorie, ich weiß es nicht, jemand, der ein Superheld ist, wenn er ein Kleid anzieht gegen eine politische Reportage aus der Türkei, also wäre da nicht so zum Beispiel eine Kategorie Dokumentation und Wissenscomics oder sowas, wäre das nicht eine eigene Kategorie, ich weiß es nicht, jedenfalls hat er nicht gewonnen, hat es aber glaube ich nicht übel genommen und ich habe dann die Gelegenheit genutzt, habe mir den Erdogan Band geholt, dieser ist erschienen bei dem Verlag Korrektiv, das ist ein Verlag, der sonst glaube ich nicht so auf Comics eingestellt ist, aber der halt sehr viel politische Sachen auch macht, Korrektiv, Verlag und Vertrieb für die Gesellschaft UG Essen 2021 erschienen, ist auch ein ziemlicher Klopper und kostet relativ schmale 25 Euro für das, dass er ein wirklich schwerer breiter Band ist, natürlich alles innen drin schwarz weiß gehalten, aber trotzdem sind über 300 Seiten 320 oder sowas und das ist ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis, auf der Cover-Seite sieht man Erdogan, also den Präsident der Türkei, wie man ihn aus Funk und Fernsehen kennt, auf der Rückseite ist er dann als Kalif verkleidet zu sehen und das zeigt schon so ein bisschen in welche Richtung der Band geht und zwar beschreibt er tatsächlich die Lebensgeschichte von Erdogan und zwar von jemandem, also den Can Dündar, den dieser wohl verfolgt hat, trotzdem ist in dem Vorspann zu dem Comic zu sehen, wie sich der Herr Dündar mit dem Zeichner und zwar ist das der Anwar unterhält darüber, wie man jetzt den Comic zu gestalten hat und mit anderen und dann kommt die Frage auf, wird er jetzt nicht zu positiv in der einen oder anderen Szene dargestellt und der Dündar hat einen journalistischen Ansatz, also es soll alles so dargestellt werden, wie das auch belegt ist, aus offiziellen Quellen, was zum Beispiel auch Biografen von Erdogan sind und Aussprachen, Interviews und so weiter, also das soll da reinkommen und sie versuchen ihn jetzt nicht noch nie mit Reißzähnen gezeichnet oder sowas und es gibt tatsächlich Szenen in dem Band, wo man die Entwicklung eines Menschen sieht, der jetzt ein bisschen anders sich darstellt, als er vielleicht noch als Kind war, so kann man das vielleicht formulieren. Ich hatte es schon angesprochen, der Band ist komplett in schwarz-weiß gehalten und beginnt wirklich mit der Geburt von Erdogan, nachdem sich drüber unterhalten haben, wie das passiert ist. Es geht auf den Vater von Erdogan ein, warum er ihn Tajip genannt hat und auf die ganze Entstehungsgeschichte der Familie, wie es dazu kam, wie er aufgewachsen ist. Also man lernt ihn von einer wirklich sehr menschlichen Seite kennen, dass er zum Beispiel ein großer Fußballfan war, war Fan von Franz Beckenbauer seiner Zeit, der natürlich als er heranwuchs ein Weltstar war. Wir lernen auch kennen, dass er schon früh mit Religion, also sprich mit Islam in Kontakt gekommen ist und dass das ein ganz wesentlicher Bestandteil in dem Dorf oder in der Stadt da war, wo er herkam, dass er verdammt gerne einfach Fußballschuhe von Adidas gehabt hätte und solche Details, die wahrscheinlich in irgendwelchen Biografien oder in irgendwelchen Interviews geäußert wurden, die sind alle drin verarbeitet und sehen dann tatsächlich den Lauf seines Lebens. Wir begannen in die Bibelschule zu gehen, wir erfahren sehr viel über die damalige Situation in der Türkei, wie die politisch aufgestellt war, also das ist ein Bereich, von dem ich tatsächlich noch nicht so richtig was gehört habe, dass es da immer einen gewissen Hin und Her zwischen dem Islam gab, aber gleichzeitig auch von dem Laizismus, wir wissen, Atatürk, also der Gründer von der modernen Türkei, hat gesagt, also Kirche und Staat sollen nicht, auf keinen Fall irgendwie verschwimmen, das muss klar getrennt werden, Laizismus, also im Prinzip Säkularisierung und das ist dann aber je nach Jahrzehnt immer mal ein bisschen anders gewesen und es gab immer mal wieder Aufstände von Leuten, die sehr fundamentalistisch in ihrer Religionsansicht waren und das Militär hat dann aber dagegen gehalten und die waren dann nach wie vor dafür, das nicht so zu machen, also dass sehr engagiert und da kann man schon tatsächlich viele Wurzeln von dem sehen, wie wir diesen Menschen heutzutage erleben. Es ist natürlich ein Thema, das wird jedem Comic-Fan gefallen, also nicht automatisch, wenn du Comics magst, wirst du diesen Erdogan-Comic haben, weil das ist wirklich ein biografischer Stil, sehr an die Fakten gehalten und sehr viel auf Wissen aufbauend, was teilweise auch natürlich erklärt wird, also sehr viele Hintergrundinfos, wie die Türkei sich entwickelt hat in den vergangenen Jahrzehnten, aber auch, ja, also ich will nicht sagen, trocken ist das falsche Wort, aber es ist halt sehr informativ und ich glaube, wäre da wirklich so eine, also es ist jetzt nicht wie Bowie zum Beispiel, das ist ja auch eine Art Biografie, egal von wem jetzt, ob das von Gleis ist oder auch von anderen Künstlern, die natürlich auch immer sehr auf Unterhaltung ausgerichtet sind, weil man einfach unglaublich viel mit Musik und so einbauen kann, schöne Bilder einbauen kann, hier hat man tatsächlich immer sehr, sehr viele Menschen, die sich unterhalten, Schwarz-Weiß-Zeichnungen, wir sehen den Kampf von Erdogan zur Macht dargestellt, als würde er versuchen, einen Berg hoch zu kraxeln und scheitert dann aber immer wieder, er hat ja zum Beispiel auch schon eine Haftstrafe gefangen, weil er ein Gedicht, ein sehr islamistisches Gedicht zitiert hat in den Medien und da wurde er verhaftet, hat das aber genutzt, zusammen mit Leuten, die ihn da hofiert haben im Knast, sein Comeback vorzubereiten und an die Macht zu gehen, auch seinen ehemaligen Ziehvater von der ehemaligen Partei, in der er drin war, zu überwinden und dann wirklich auch zur Macht zu greifen und die letztendlich auch zu bekommen halt, das ist ein Bürgermeister von Istanbul geworden und so hat sich das dann weiterentwickelt. Die Story endet tatsächlich im Jahr 2020, ich bin jetzt nicht informiert, ob es da weitergeht, man könnte natürlich noch einen zweiten Band dazu machen, der die Entwicklung bis zum heutigen Tag zeigt und die einfach wie der erste Band jetzt auch schon das Machtstreben von so einem Politiker aufzeigt, der ein gewisses Näschen dafür hatte, wann er einfach die Religionskarte spielt und wann er die Karte spielt, dass er eigentlich ein gemäßigter religiöser ist und das je nachdem, wann es günstig ist für ihn oder nicht einsetzt, trotz dass er eigentlich sehr religiös erzogen wurde und eigentlich genau weiß, wo er hin will und dass er eine deutlich andere Einstellung hat als Atatürk an dieser Geschichte Meinung zu diesen Menschen hat sicherlich jeder selbst aber mit diesem Comic kann man sich halt wirklich prächtig informieren und kann sein Wissen und Verständnis warum vielleicht manche Sachen so sind mit Erdogan aber auch mit der Türkei komplett festigen und ich kann es nur empfehlen wenn man sich für das Thema interessiert oder einfach Politik Leute mit Macht streben zu beobachten ist das ein hervorragender Band und ich bin froh dass der Korrektivverlag hier das ganze Ding rausgebracht hat Vielen Dank für Breedstorm erstmal für diesen Einspieler wir hören dann später noch mehr von ihm und damit kommen wir jetzt wieder zu Patrick und seinem zweiten Comic Ich habe es ja schon vor einigen Monaten angedeutet dass ich vielleicht noch die Fortsetzung von sein Name war Spiru besprechen werde jetzt habe ich mich dazu durchgerungen ich bin damals über die Comic Denkblase auf diesen Comic gestoßen also über den Kollegen Jakubowski den Vorgänger sein Name war Piru fand ich damals schon ziemlich cool und sinistisch hatte wirklich so eine gewisse Ernsthaftigkeit in das Thema Spiru und seine Entstehung quasi thematisiert und auf diesem Kreuzfahrtschiff auf den der junge Spiru hat ihn ein junges Mädchen namens Juliet entdeckt als blinden Passagier und sie hat damit ihm quasi sehr gut connected zu dem Zeitpunkt als der Band gespielt hat war sie eben noch ein kleines kränkliches Mädchen mittlerweile sind zehn Jahre vergangen und sie macht mittlerweile eine Ausbildung zur Journalistin und macht da so ihre ersten Schritte nebenbei stößt sie auf eine Verschwörung weil ihr Vater dem gehören Anteile von Öltanker Flotte und Sowjets und Nazis wollen diese Anteile von Julietts Vater quasi kriegen und Julietts hat sich dagegen gestellt deswegen gerät sie da jetzt in eine Verschwörung dieser Nazi General der ist wirklich so arg klischeehaft klischeehafter könnte es nicht sein das ist ein korpulenter Typ mit Monockel Seitenscheitel und so einem Hitlerbärtchen der auch relativ cholerisch ist und er hat da so eine Verschwörung mit einem Sowjet am Laufen und sie wollen diese Teile abluxen und deswegen setzen die da auch Hebel in Bewirkung die Juliette vielleicht privat treffen könnten und ja das ist wirklich eine sehr schön gezeichnete Story also gerade bei den Autos und bei der Umgebung und bei dem Setting hast du so eine Detailliertheit das könnte fast schon ein Kostümfilm sein Spiru kommt eher so als Randnotiz vor also man sieht ihn entweder in Rückblenden oder dann am Schluss wenn der Zeichner von Spiru jetzt mittlerweile so sein erstes Spiru Heftchen rausbringt was Juliette dann entdeckt ansonsten ist er eher so dieser geistige Ratgeber und sie muss sich hier ihre Sporen in den 1938ern verdienen verdienen also da wo Frauen im Journalismus noch nicht wirklich so anerkannt waren muss ich da einigermaßen rumschlagen trotzdem hast du da noch eine leichte Lockerheit dass das nicht allzu schwermütig wirkt trotz der schwermütigen Themen diese politische Verschwörung die ist auch interessant dargestellt zeichnerisch ist das Ding ein ziemliches Brett also ich war da genauso gut angefixt wie vom Vorgänger wenn es auch nicht ganz so ikonisch ist Spiru der hat jetzt wirklich einige Jahrzehnte auf dem Buckel und konnte sich in die Medien quasi schon einschleichen und sei es durch Pip oder durch das Masu Pilami aber sie hat da wirklich einen zweiten guten Eindruck hinterlassen hat sich auch gut als Hauptfigur geschlagen dass ich auch einem dritten Teil nicht abgeneigt wäre der hier auch schon angedeutet wird weil sie sagen einige Jahre später ist die Spiru noch mal über den Weg gelaufen da wäre ich kein Kerl der sie retten musste in wiefern bezieht sich der Band auf den auf den Vorgänger Band es gibt einige Wiederkehrer die auch auf dem Kreuzfahrtschiff von seinem Namen war Piruva das wäre es zu empfehlen dass man auch den Vorgänger davor liest weil sonst ihn so ein paar Anspielungen wirklich verloren aber er ist nicht unverständlich wenn man jetzt den anderen Band nicht gelesen hätte also man kann die schon getrennt voneinander lesen wenn man möchte oder wenn man halt der Lesefluss ist noch besser wenn man den vielleicht vorgelesen hat es ist ja manchmal so gerade so in der Bücherei zum Beispiel wenn man halt gerade der Band der gerade da ist so mitnimmt wenn dann vielleicht auch nicht draufsteht Teil 2 von also es scheint ja auch nicht zu sein in dem Sinne Teil 2 von es scheint ja nur wirklich quasi eine weitere Geschichte in diesem Spiru-Universum zu sein aber wie gesagt es kann ja so Gelegenheiten geben wo man dann vielleicht diesen Band eher in die Finger kriegt als den anderen oder sich vielleicht einfach für die Figur aus welchen Gründen auch mehr interessiert als in dem anderen Band dann kann man den auf jeden Fall auch für sich lesen na klar kann man gut wir sind ja mittlerweile irgendwie so ein bisschen der Spiru-Podcast geworden anscheinend das ist eigentlich ich glaube wir haben keine Figur bisher so häufig besprochen wie Spiru mittlerweile sehr sehr interessant Andi ich gehe jetzt einfach mal drüber hinweg du wirst wahrscheinlich jetzt auch keine großartigen Anmerkungen mehr zum Spiru-Comic haben wenn doch dann schieß los ansonsten stell uns doch deinen zweiten Comic vor hast mich erwischt ich kann genau gar nichts beitragen und ich sag mal so die häufige Nennung der Figur Spiru hat mein Interesse jetzt nur marginal gefördert ich werde also ich glaube zum Beispiel dass die Reihe die der Breedstorm hier hin und wieder mal vorstellt die er auch heute im zweiten Einspieler präsentieren wird jetzt erstmal eher mein Ding wäre als irgendeine x-beliebige Figur die da irgendwie einen Spin-Off jetzt bekommt und so ne ich weiß ja Bescheid weiter geht's hier mit Jim Bishops die verlorenen Briefe da hab ich die Tage mal ein paar Fotos geschickt in unserer Signal in unserer Telegram Gruppe denn das ist ein beim Crosscult äh Crosscult Verlag erscheinendes Hardcover das 30 Euro kostet und auf jeden Fall volles Rohr in diese Ghibli Richtung geht also volles Rohr sind 208 Seiten und man muss sich schon mal so ein bisschen fragen um was geht's hier eigentlich und das kann ich nicht immer so beantworten fangen wir doch mal ganz vorn an in diesem Comic geht's um einen Blondschopf der hat bestimmt noch irgendeinen Namen ist aber eigentlich total egal und der lebt am Strand in einer Welt die ganz schön viel Strand hat denn wie es scheint sind inzwischen alle Polkappen und generell alles Eis das irgendwie irgendwo gibt geschmolzen und vermutlich es wird nie so richtig gesagt man muss da viel zwischen den Zeilen lesen und viel rein interpretieren ist natürlich einfach quasi die Welt ist wenn man so will untergegangen und die relativ wenigen verbliebenen Menschen haben sich auf dem bisschen Landmasse das es letztlich noch gibt niedergelassen und leben da so vor sich hin und genau genommen haben auch alle irgendwie so eine Art Traumata das wird so nie gesagt aber man könnte das alles rein interpretieren nämlich ein recht melancholischer Comic nun gut sei's drum er lebt da nun am Strand in seinem Häuschen vor sich hin und irgendwie wartet er die ganze Zeit darauf dass er einen Brief bekommt von seiner Mutter denn die ist irgendwie weg ja von wem kriegt er denn diesen Brief ja nicht von irgendwem von Postboten und dieser Postbote ist ein Clownfisch also so wie der kleine Nemo den wir lange gesucht und manchmal auch gefunden haben und das ist ja voll merkwürdig warum bringt ein Clownfisch diese ganzen Briefe und so ganz einfach denn Fische und generell sämtliches im Meer lebendes Getier ist hier in diesem Comic quasi intelligent und wandert auch an Land warum ist das so das ist so weil der Vater unseres Blondschopfes unseres Protagonisten irgendeine Form von Erfindungen gemacht haben muss welche genau das habe ich nicht so richtig verstanden die letztlich dafür sorgte dass diese inzwischen scheinbar intelligenten Fische jetzt explizit eben an Land sein können als vollwertige Mitlebewesen mit den Menschen interagieren und das ist absolut selbstverständlich dass diese Menschen dann zum Beispiel also diese Fische dann Polizisten sind ja die sind in so einer Art Roboter drin und schwimmen oben in so einer Glaskuppel vor sich hin und können diesen Roboter steuern und sind dann Polizisten aber es ist weiterhin auch so dass man Fische auch noch essen kann und so also wurde jetzt genau die Grenze gezogen zwischen intelligentem Leben und wo nicht das kann ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht ganz beantworten nun gut sei es drum das ist so ungefähr das Setting die Welt ist untergegangen wir sehen da manchmal auch so Artworks die sind ganz kurz unter Wasser also unter dem Meeresspiegel und da sehen wir schon da liegt eine ganze Menge Müll ja also es ist halt ein Comic der irgendwann keine Ahnung drei vier hundert Jahren spielt wenn wahrscheinlich es in hundert Jahren und da hat halt die Welt untergegangen das ist jetzt die Situation aber da der Comic so mega bunt und hell und hast du nicht gesehen es fällt das erstmal nicht so ins Gewicht und dann ist der Moment gekommen wo jemand namens Frank Jean glaube ich würde man es aussprechen auf ihn trifft sie ist nämlich eine Botin sie hat einen Koffer dabei und mit diesem Koffer läuft sie über eine Insel auf der Insel auf der er letztlich alles spielt und irgendwas ist natürlich skurril warum läuft sie über die da doch relativ große Insel warum fährt sie nicht was ist eigentlich in dem Koffer drin und warum hat die scheinbar ein Geheimnis von dem sie nicht erzählen möchte naja und dann entspricht sich ein kleines aber feines Abenteuer von den beiden in dem es darum geht rauszubekommen was jetzt in diesem Koffer ist was die Fran Jean eigentlich in ihrem Leben sonst noch so gemacht hat in was vielleicht auch für Geheimorganisation die tätig gewesen ist es geht um die Frage wer sind hier eigentlich die Eltern von wem wie sind die Beziehungen zueinander und ist die Mutter von unserem blonden Protagonisten wirklich weg oder vielleicht nicht all das sind Fragen die hier punktuell beantwortet werden und zwar auf eine total faszinierende Art und Weise es erinnert mich teilweise so ein bisschen und ich habe leider nicht so die Kenntnisse was wir ja wisst ihr so diesen Manga und Anime Bereich angeht aber ist natürlich wie gesagt optisch sehr inspiriert an Studio Ghibli das habe ich schon erkannt und was so dieser diesen Humor angeht der punktuell hier in dem Comic auftritt geht das auch super in das was so in den ersten Folgen von Dragon Ball zu sehen ist so ein bisschen absurd so ein bisschen überzeichnet Proportionen passen nicht immer und ja aber schon irgendwie auch nicht nur für Kinder ganz im Gegenteil ich glaube hier finden Lesende verschiedene Altersgruppen verschiedene Aspekte die denen gefallen könnten unsere Figuren wachsen hier natürlich auch zusammen sie haben alle einen dermaßen großen Dachschaden dass ich so viel mal spoilern kann dass das jetzt hier nichts mit großer Liebe wird und so das sei vielleicht schon mal verraten aber es steckt hier halt eine Menge drin und das so ein bisschen im Laufe des Lesens zu erkennen was da für Hintergründe drin sind das ist das faszinierende hier an diesem Comic der auch recht ansprechend also hochwertig gezeichnet mit einem tollen Artwork in ich glaube Pastellic würde man jetzt sagen aber das ist wahrscheinlich auch total falsch deswegen sage ich hell und bunt weil das meine Möglichkeiten sind es zu beschreiben und ich den Ghibli Vergleich schon gebracht hatte ist eine Abenteuergeschichte es steckt ein bisschen Action drin aber jetzt keine krassen Kämpfe oder so sondern einfach eine Verfolgung sagt mal natürlich mal eine Schießerei Mafia oder so sein könnte und das ist schon gut es gibt zwei Punkte die möchte ich hier mal negativ rausgreifen die haben mich ein bisschen irritiert das ist zum einen was was mir sonst gar nicht so auffällt sondern eher dem Andi Preller hier in der Runde und das ist die Frage des Letterings denn wir haben relativ viele so Bindestriche die zum Teil sehr vollgepackten Sprechblasen haben halt also ich glaube jeder hat mindestens einen gefühlt mindestens einen Bindestrich das ist merkwürdig wenn beispielsweise das Wort verdammt gesagt wird und dann ist da halt fair minus und dann dampt so das ist ganz hätte man das Wort nicht einfach ein bisschen kleiner machen können hätte das nicht auch funktioniert ich weiß es nicht ich weiß auch nicht so genau Jim Bishop wo kommt der eigentlich her ich hab keinen blassen Schimmer klingt mir jetzt nicht so als wäre das jemand der als wäre das hier quasi eine japanische Vorlage oder so das weiß ich in dem Fall jetzt gerade gar nicht ich vermute mal ein Ami aber da könnt ihr mich gerne eines Besseren belehren kurzum mir ist das Lettering aufgefallen und insbesondere diese ganze Bindestriche hier das war wirklich auffällig und was auch ein bisschen so ist es ist ein bisschen wirr also was genau da jetzt los ist warum die einzelnen Figuren jetzt nicht mit der Sprache rausrücken welche Geschichte die eigentlich zu erzählen haben und warum die das nicht ein bisschen proaktiver auch mal machen das also es ist es erfordert da durchaus eine gewisse also wenn man antworten auf diese Fragen möchte eine gewisse Interpretationsfreudigkeit und auch eine gewisse Konzentration und das ist ja ungewohnt zumindest mal aber dann ist es Ende auch also es schwingt immer diese Melancholie mit und man möchte dann super melancholisch sein und so aber eigentlich ist es dann doch nicht so deep wie es vielleicht gern gewesen wäre und dann das Ende das nochmal so eine Art Twist daher bringt oder einem vorstellt ist dann irgendwie auch so merkwürdig als ob der Jim Bishop gemerkt hätte hm meine Geschichte ist vielleicht dann doch nicht so deep wie ich sie gerne hätte ich muss jetzt hier nochmal voll die Überraschung einbauen ich weiß nicht ob das so sinnvoll war oder ob das nicht eher einen negativen Beigeschmack ja letztlich hinterlässt so das sind meine Eindrücke zu dem Comic der nett ist aber eher auch wieder ich bin ja immer so ein Preistyp 30 Euro völlig das ist schön es ist auch Überformatik mit 24x32 cm und so aber es ist wäre mir zu teuer muss ich mal ganz so direkt sagen das zu die verlorenen Briefe und ja wie gesagt für Ghibli Fans ich glaube das sind so meine Worte dazu Jungs konnte ich euch den zumindest punktuell schmackhaft machen ich weiß Patrick der ist ja Ghibli Film auch nicht abgeneigt ne ich bin Ghibli auch nicht abgeneigt deine Kritikpunkte machen mich eben stutzig und noch mehr der Preis immerhin 208 Seiten ja ich will jetzt nur nicht diese berüchtigte alte Catchphrase bringen aber vielleicht ist es beim reinlesen dann besser nur du kennst mich wenn es dann am Ende irgendwie so einen schlechteren Eindruck macht bin ich dann auch ein bisschen enttäuscht ich habe ja behauptet am Anfang der Sendung dass ich von dem noch nie gehört hätte als du den Titel aufgesagt hast was ja überhaupt nicht stimmt weil du hast ja gesagt du hast ja in die eine Chatgruppe oder zwei das auch rein und da haben wir sogar schon mal ein paar Worte drüber gewechselt und ich hatte mir auch schon mal einen kleinen Eindruck verschafft immer so eine Leseprobe reingeschaut oder das Foto das du geschickt hattest gesehen und so und ich fand es ganz interessant ich finde auch das was du drüber gesagt hast auch durchaus interessant und auch ansprechend zumindest in dem Sinne dass es mich nicht abschreckt sondern eher so schon auch ein gewisses Interesse weckt da mal reinzugucken also ich glaube dass es zeichnerisch mich anspricht und was so die Handlung angeht so wie du es beschrieben hast oder was man so beschreiben konnte daran muss ja auch nicht verkehrt sein also ich mag durchaus auch zwischendurch Geschichten die sich nicht so ganz leicht erschließen oder sie vielleicht auch gar nicht erschließen solange ich das Gefühl habe dass da trotzdem jemand einen gewissen Plan hatte also dass es wenn ich eine Geschichte verlasse mit dem Gefühl ich habe nicht alles verstanden aber es interessiert mich ich möchte vielleicht mehr rausfinden was mich nicht so dumm zurücklässt so ich verstehe es nicht sondern so cool ich habe es nicht verstanden aber es war total geil irgendwie wenn das einen gewissen Rhythmus hat von der Gestaltung her irgendwie einen guten Flow ich habe das mal in der Filmbesprechung auch mal mit Musik verglichen dass manche Filme auch einfach auf einer ja auf so einer Ebene funktionieren können dass es wie Musik funktionieren kann also selbst wenn du hörst irgendwie Musik in einer Sprache die du nicht verstehst dann geht es um Rhythmus dann geht es um Takt da geht es dann irgendwie um Bewegung in der Musik und sowas kann in Filmen auch und das kann auch in Comic passieren also wenn man sich wenn man sich nicht hinterher komplett klar ist was da vielleicht eigentlich passiert ist und was das alles sollte aber das Lesen trotzdem irgendwie einem so ja so mitgenommen hat irgendwie einen getragen hat dass es trotzdem ein schönes Leseerlebnis war und so ein bisschen hoffe ich dass das da vielleicht der Fall ist mit diesem Comic The Now of Brown war zum Beispiel so einer von Glyn Dillon den den ich auch nicht komplett umrissen habe der aber ein fantastischer Comic ist und so die verlorenen Briefe habe ich so ein bisschen Hoffnung dass es vielleicht auch so ist und Anime kann das auch also auch auch Ghibli Filme sind da manchmal so die sind wahrscheinlich schon ein bisschen leichter zu verstehen aber trotzdem ich weiß nicht wie ich damals aus Spirited Away deutscher Titel habe ich jetzt gerade wieder nicht damals raus bin und auch gesagt habe das ist so der Unterschied zwischen Ghibli Filme und Disney Filme bei Disney Filme weißt du immer ganz genau was los war und bei Ghibli Filme weißt du das nicht immer zu 100% was los war aber sie sind wunderschön dabei und auch in dem Erzählen wunderschön und sie lassen dich nicht unzufrieden zurück sie lassen dich nur mit einem gewissen Geheimnis so zurück ja ich denke allein schon das muss man vielleicht nochmal zur Verteidigung sagen das Comic lädt auch ein ein bisschen auf den Seiten zu verweilen es gibt schon sehr viele Details zu entdecken ich habe ja kurz meinetwegen diese Szene erwähnt wo man kurz unter Wasser ist und dann will man eigentlich also ich habe mir dann den Müll da unter Wasser mal genauer angeguckt und so oder diese unzähligen leicht futuristischen fast schon auch in Teilen fantastischen Hafenstadt Cities also Kleinstädte das ist schon was das guckt man sich also ich habe mir das mal in Ruhe angeguckt das vielleicht zur Verteidigung die dann doch irgendwie das Überformat und dann damit auch vielleicht den Preis doch wieder ein Stück weit rechtfertigen Ghibli hattest du mich und Spiritual Away ist in Deutsch Chihiros Reisens Zauberland damit der letzte auch die Anspielung verstanden hat oder die letzte genau cool dann gehen wir mal zu Literatur und Literaturadaption Literatur Interpretation Reinterpretation und greifen zu einem deutschen Klassiker Faust eine Tragödie und zwar in der Fassung von Roya Soraya erschienen bei Zwerchfell dieses Jahr 2022 ich finde es gleich mal vorneweg sehr interessant was mir heute aufgefallen ist als ich den Comic nochmal gelesen habe auf dem Cover heißt es Faust eine Tragödie so wie meines Wissens auch das das Goethewerk selbst heißt wenn ich dann in das Buch reinblättere heißt es Goethes Faust ein Goethes Faust eins neu erzählt von Roya Soraya so steht es auch in im Kleingedruckten das fand ich irgendwie interessant und irgendwie auch so ein bisschen so ungewohnt dass auf dem Cover und im Buch irgendwie doch so irgendwie zwei unterschiedliche Titel drinstehen das nur so nebenbei Roya Soraya hat der Andi auch interviewt beim Comic Song ich glaube es war am Sonntag von daher da wird es dann beim Tele-Stammtisch das Interview zu hören geben wenn die Sonntagsfolge veröffentlicht wird bin sehr gespannt weil ich habe das Gespräch zum Teil mitbekommen ich war war da im Raum als das Gespräch so zu Ende ging also ich bin auch sehr gespannt auf das gesamte Gespräch und das hat mich jedenfalls dazu gebracht bei Zwerchfilm auch den den Comic mitzunehmen ich fand das dann interessant was ich da so mitbekommen habe in dem Gespräch und fand ihn tatsächlich dann auch sehr sehr toll also ich habe Faust gelesen als ich in der Schule war und ich glaube auch nur das eine Mal und das ist auch schon über 20 Jahre her und seitdem auch nicht mehr und bin jetzt also nicht der der ganz große Faust-Experte auch wenn man so doch trotzdem immer mal wieder irgendwo ein bisschen was mitbekommt ist ja doch irgendwie so im Kulturgut einfach mit drin und diese dieses Buch macht jetzt eine eine Neuinterpretation von Faust versetzt die Geschichte in ins Jetzt ich glaube 2020 wird als Jahr wenn ich mich jetzt gar nicht mehr irre auch irgendwo mit erwähnt und hat Faust so als so ein Firmenchef Industrie Magnaten der also ein ein Deal mit dem Teufel eingeht um seinem Leben auf die Sprünge zu helfen um die junge Margarete für sich zu gewinnen die klassische Faust-Geschichte wie sie die meisten wahrscheinlich kennen werden aber das Ganze eben in einem ja aus einem aus einem weiblicheren aus einem modernen Blick aus einer feministischeren Sicht die Geschichte der Margarete ist hier eben auch in einer ja auf ganz andere Art interpretiert die die Männer kommen nicht so super gut weg sind eher als als übergriffig dargestellt also wenn man sich den klassischen Faust mal wirklich so aus dieser Brille auch anschauen würde dann kommt wahrscheinlich dieser Comic dabei heraus ich fand das eine sehr sehr gelungene Interpretation eine sehr gelungene Modernisierung sowohl inhaltlich als auch textlich also es sind immer wieder Passagen drin von denen ich glaube dass sie aus dem Originaltext entnommen sind aber es ist schon auch in moderner Sprache und moderne Dialoge also es ist jetzt nicht rein der Originaltext von Goethe hergenommen und bebildert sondern es ist schon auch umgeschrieben und wie gesagt modernisiert auch inhaltlich die Gestaltung fand ich auch sehr sehr interessant also es ist durchweg farbig bis auf ein paar Seiten wenn es dann um den Tod der Mutter geht die dann in schwarz-weiß sind aber es gibt keine Panels also die Seiten haben zwar ja also man könnte um einzelne Elemente wahrscheinlich Kästchen drum ziehen um Panels zu haben also es ist jetzt nicht ganzseitige Illustrationen sondern es sind schon Sequenzen die auf den einzelnen Seiten dargestellt sind aber eben nicht durch Panelbegrenzungen voneinander getrennt es hat sowas von so einer ja Aquarell oder auch Farbstiftfarbigkeit die ja mir sehr sehr gut gefallen hat und auch hier wieder so verschiedene Elemente die die so ja interessantes Comic erzählen sind also mein Lieblingsbeispiel ist so der Moment wenn Faust und Mephisto zusammen ihren Deal per Handschlag besiegeln und dabei gleichzeitig das Wort Deal aussprechen also schlagen sie in die Hände und sagen Deal und das Wort Deal ist in zwei verschiedenen Farben geschrieben also immer wenn der Buchstabe wechselt wechselt die Farbe weil die Figuren in dem Comic auch immer ja in unterschiedlichen Farben sprechen also man kann die Worte die Sätze immer der Figur jeweiligen Figur zuordnen einfach anhand der Farbe und so dieses gleichzeitige Aussprechen des Wortes Deal so gekennzeichnet ist dass eben auch das Wort Deal eben in unterschiedlichen Farben von Buchstabe zu Buchstabe geschrieben ist fand ich einfach eine schöne visuelle Lösung um diese Gleichzeitigkeit nochmal so zu unterstützen und solche Ideen kriegen mich immer und das fand ich eben wirklich sehr sehr schön bei dem Comic also ich möchte den sehr empfehlen das was ich von Roya Soraya so im echten Leben mitbekommen habe war auch sehr sehr sympathisch also eine sympathische junge Dame und ist bei Zwerchfell erschienen wie gesagt ist ein Hardcover Seiten Zahlen sind keine drin deswegen kann ich die exakte Zahlen nicht sagen kostet 25 Euro und ist auch wenn man sich in der Schule vielleicht ein bisschen durch Faust durch gequält hat und jetzt nicht der Riesenfan des Original Texas geworden ist möchte ich sagen dass dieser Comic trotzdem empfehlenswert ist und einem einen frischeren Blick auf diese alte Geschichte geben kann Andi du hast ja mit ihr gesprochen und auch in den Comic mindestens reingeschaut in dem Moment ihr habt ja auch ein bisschen über das Gestalter schon so gesprochen was war so dein Eindruck von dem was du da gesehen hast dass das letztlich ja zwei Aspekte gibt die ich hier ganz interessant finde und dritten den ich gerade noch aus der Pressemappe geklaut habe zunächst erst einmal ist das ja was was den Teufel auf eine ganz ich glaube da gibt es verschiedenste Versionen des Teufels innerhalb des Comics der wird ja der oder die nicht immer gleich präsentiert auch modern und jung ich sehe hier auf jeden Fall beim Durchkrollen eine scheinbar weibliche Variante und eine scheinbar männliche Variante und damit nämlich der zweite Punkt der hier steht das ist glaube ich auch alles so ein bisschen queer feministisch non-binary das sind alles so Themen die hier eine Rolle spielen ich sehe hier ein großes Panel möchte ich mal zitieren bzw. beschreiben wir sehen eine große Lichtgestalt unter einem Regenbogen stehen sie hat die Arme geöffnet und vom Teufel wird sie und sie sagt von sich ich bin übrigens non-binary und gender fluid nenne mich einfach Gott und deswegen würde ich gerne mal die Frage hier anschließen ob das Themen sind die hier aufgefallen sind ob die hier eine Rolle spielen ob das quasi einer dieser neuen Ansätze ist um Faust zu erzählen ja genau also das was du da ansprichst auf jeden Fall und auch diese Gott Figur ist auch als schwarze Person dargestellt das ist auch etwas was wir jetzt wahrscheinlich in unserem Kulturkreis historisch nicht so häufig oder gar nicht gesehen hat also genau solche Themen sind da eben mit drin oder Mephisto tritt so als gestaltwandlerisch auf wie du auch gesagt hast eben auch mal in weiblich gelesener Gestalt also genau all solche Sachen sind hier so mit drin verhandelt die Beziehung zwischen den Geschlechtern oder eben auch die verschiedenen Arten der Geschlechter modernes Dating aber dann eben auch so diese ja in der Vergangenheit verhafteten Männer mit ihren veralteten Frauenbildern und dem veralteten Umgang mit Frauen das ist das erste Zusammentreffen zwischen Faust und Margarete ist eben auch so dass er sie so ein bisschen dumm anquatscht und sie das dann eben auch nervt eigentlich sah der Typ ja ganz nett aus wenn der mich jetzt nicht so dumm angequatscht hätte und mir auch irgendwie so meinen eigenen Raum zugestanden hätte dann hätten wir Ja Ja also genau solche Aspekte sind dann da eben so mit eingewoben aber nicht plakativ nicht auf irgendwie unangenehme Art und Weise sondern das ist einfach dahingehend wirklich eine Modernisierung des Originaltextes den Originaltext hergenommen und die ganzen Figuren und Figuren Beziehungen eben mal abgeklopft wie das in 2020 wo der Comic glaube ich entstanden ist wie man diese ja Figuren Konstellationen dann interpretieren könnte und das Ganze mal eben ins 21. Jahrhundert holen und das dann eben auch noch schön gestaltet Ich würde gerne noch eine Trivia hier mal droppen aus der Pressemappe nämlich dass die Roja aktuell schon in ihrem nächsten Werk arbeitet und zwar soll es was autobiografisches werden von ihrer ersten Reise in den Iran sie ist scheinbar offensichtlich wenn ich mich noch erinnern würde wüsste ich das wahrscheinlich viel besser Iranerin und da gibt es wohl natürlich diese emotionale Geschichte mit diesem hin und her gerissen sein zwischen zwei Gesellschaften und das wird wohl Teil ihrer nächsten Graphic Novel werden und das klingt schon sehr interessant Ja das ist tatsächlich in dem Faust hinten auch schon mit drin so in in der Künstler Bio genau das was du gesagt hast dass das das nächste Werk wird also geboren ist sie in Hannover aber offensichtlich familiär im Iran verwurzelt also da bin ich auch sehr sehr gespannt auch was die Gestaltung dann angeht welchen Weg sie da dann wählen wird und also wie gesagt der der Faust hat mich auf jeden Fall schon so begeistert dass ich da sehr gespannt bin auf das nächste Werk Patrick wie ist deine Beziehung zu Faust und bist du interessiert an einer Modernisierung von Faust na klar Faust ist für mich eben so eine gefühlt der Ur-Stories und solange du da wirklich so einen neuen Ansatz dran hast bin ich da interessiert so ich hab sowohl im Auftrag des Teufels oder Faust hoch 3 von Niklas Fiedler oder auch den Faust von Flix genossen und die haben alle ihren eigenen Stempel aufgedrückt und auch hier scheint das irgendwie so der Fall zu sein deswegen schon allein beim Titel Faust und Pakt mit dem Teufel bin ich direkt angefixt und ich werde auch komplett interessiert diese neuen Ansätze die scheinen auch sehr interessant zu sein vor allem weil die auch mit einer gefühlten Beiläufigkeit passieren und nicht so mit dem Holzhammer daher kommen Goethes Faust ist ja auch aus der Zeit nicht die einzige Erzählung dieser Geschichte es gibt ja von Christopher Marlowe auch die Variante also für uns in Deutschland ist Goethe natürlich so der Urfaust aber ja pack den Teufel das geht quasi schon aus der Bibel hervor also im Prinzip hast du da bestimmt auch schon so Sachen okay dann verlassen wir deutsche Literatur und gehen wieder zu Spirou weil der ist ja ständig und überall irgendwie und lassen den Breedster mal seinen zweiten Comic vorstellen Spirou von Emil Bravo So Freunde der zweite Band den ich heute vorstelle ist ein Klassiker meiner Darstellung von Rezensionen ist es nämlich wieder ein Spirou Band und zwar ist es Spirou oder die Hoffnung Teil 4 auch die anderen drei Teile hatte ich euch natürlich schon vorgestellt und diese hat nun auch wieder so ein bisschen Bezug zu Erlangen weil Emil Bravo also der Schöpfer von Spirou oder die Hoffnung war ja in Erlangen und war bei einer Lesung dabei die ich auch sehen konnte das Ganze wurde über Splash Pages gefilmt und vielleicht kann man sich das Ganze angucken ich weiß nicht wie die Qualität geworden ist sehenswerte Geschichte und im Anschluss hat der gute Emil Bravo noch signiert leider war da der Teil 4 noch nicht draußen und der Patrick hat sich ja glücklicherweise noch eine Signatur geholt aber ich wollte jetzt auch nicht extra den Band nur wegen einer Unterschrift holen wenn noch ein kleiner Headscatch von irgendeiner Figur gewesen wäre hätte ich den gerne mitgenommen aber leider haben die knapp an Erlangen vorbeigeschrammt mit der Veröffentlichung des letzten Teiles von Spirou oder die Hoffnung das Ganze ist in Belgien angesiedelt wisst ihr ja das von der Wehrmacht besetzt ist also vom Deutschen Reich zu der Zeit und man hat die Bemühungen von Spirou und Fantasio gesehen wie sie da Widerstand leisten können und es war die ganze Zeit so dass ich sehr positiv überrascht war dass da keine seltsamen Action Szenen gab wo Spirou und Fantasio Panzer 4 kapern und dann die Wehrmacht aus Brüssel vertreiben oder sowas sondern Emil Bravo hat sich sehr an reale Dinge gehalten bei der ganzen Story hat auch Dinge aufgezeigt die vielleicht nicht immer schön sind für die belgische für das belgische Publikum weil es klar wer ein anderes Land besitzt ist natürlich der böse keine Frage aber er hat natürlich den Finger in die Wunde auch gelegt bei Kollaboratoren auch Thema Religion spielt er immer wieder eine interessante Rolle da wenn der ein oder andere Priester da auftritt da weiß man auch was man davon zu halten hat und das hat mir diese Kombination hat mir sehr sehr gut gefallen ich hatte ein bisschen Angst jetzt bei dem letzten Band dass das Ganze am letzten Band wieder umkippt weil auf dem Cover sieht man wie eine junge Dame die eine Protagonistin ist aus dem Band eine Pistole auf in schwarzer Uniform gekleidete Person richtet und wir sehen Spiro mit hochgerissenen Armen dazueilen und da dachte ich oh Gott jetzt kommt doch eine ganz schlimme Szene oder so weil wir wissen die Freundin von Spiro oder die Wunschfreundin von Spiro ist in ein KZ eingeliefert worden ich dachte oh Gott hoffentlich kommt jetzt keine komische Befreiungsszene das wird die ganze Arbeit die er vorher gemacht hat wirklich in Grund und Grund weil er sich wirklich an viele reale Sachen auch gehalten hat der Emil Bravo aber das ist natürlich glücklicherweise nicht passiert denn das ist kein großer Spoiler das zu verraten der junge Herr auf dem Cover ist deutscher auch deutscher Soldat aber jemand der ganz ganz jung ist der wahrscheinlich aus der Hitlerjugend raus da eingezogen ist das sieht mir jetzt auf dem Cover sieht mir das jetzt nicht so genau da wirkt die Uniform relativ schwarz vielleicht soll das auch in Richtung Volksturm geben ich weiß nicht mehr genau aber diese wird festgenommen von dem Belgien und da richtet sich natürlich der ganze Zorn der Besatzer gegen dieses Kind was natürlich eine Uniform hat aber natürlich hart durch Propaganda auch dahingetrieben wurde und halt wirklich selten eigene Entscheidungen gefällt hat und das ganze zieht sich so ein bisschen durch den Band also ist jetzt keine Hauptfigur aber das ist im Leben und das Büro beschützt den dann so ein bisschen vor dem Mob halt weil er sagt hier der ist ein Kind wie ich also das könnte jetzt auch ich sein wenn die Sozialation vielleicht anders gewesen wäre und so zieht sich das auch durch den Band also es gibt dann Rache Aktionen von dem Belgien gegen verschiedene Kollaborateure die ich ja schon erwähnt habe und auch da wird immer sehr genau geschaut wer ist denn jetzt hier besonders moralisch und hat der jenige eigentlich noch das Recht da besonders moralisch zu sein und hat er vielleicht selber auch irgendwas dazu beigetragen wie die Situation da jetzt ist es wird auch jemand zu Unrecht festgehalten und die wollen den wirklich fertig machen auch das kann Spiro dann so ein bisschen retten und das ist halt eine typische Szene nach dem Krieg dass natürlich die Leute die besetzt waren dass sich der Unmut dagegen Leute richtet die mit den Besetzern sprich der Wehrmacht irgendwie zusammengearbeitet haben oder ganz bekannt sind ja auch die Szenen wo Damen die sich mit Wehrmacht Soldaten eingelassen haben wie denen die Köpfe zum Beispiel rasiert wurden oder sowas auch da gibt es tatsächlich eine Anspielung in dem Band darauf und das ist einfach wieder einfach sehr gut recherchiert von Sachen die man kennt aber es sind natürlich auch manchmal historische Begebenheiten drin erklärt Richtung Widerstand oder sowas die ich jetzt zum Beispiel nicht kannte und das ist genau deswegen ich diese Serie schätze weil es einfach mega gut recherchiert ist mit viel Feingefühl geschildert wird auch mit viel Blick auf Details zum Beispiel über den Einzug der Alliierten dann in Brüssel da geht der Krieg dann ja eigentlich noch weiter also bis der zweite Weltkrieg dann letztendlich zu Ende ist und so weiter und das ist wirklich mit viel Liebe muss man wirklich auch sagen ist das gemacht und da wirst du wenig sehen was nicht zu der Recherche passt den Teil mit KZ hat er auch eigentlich sehr gut gelöst in dem es da auch ja nicht die klassische Wiedersehen Szene gibt wie man sich das vielleicht aus einem Hollywood Film mit Happy End vorstellt sondern die der Sachverhalt wird sehr sehr sensibel von Emil Bravo hier rüber gebracht ich will das jetzt nicht alles verraten ihr wollt es noch lesen aber das ist jetzt insgesamt eine richtig gute Serie für jemanden der Spiro mag aber für jemanden der sich vielleicht auch für Geschichte interessiert politische Zusammenhänge in der Zeit und für ein komplett Welt sich nicht wie so ein Hollywood Film die immer sehr ich will nicht sagen einseitig aber die den Fokus auf andere Dinge legen als zum Beispiel die Leiden der Zivilbevölkerung und wie sich Leute verhalten das kann man eindeutig sagen ihr habt jetzt natürlich einen großen Vorteil ihr könnt euch die vier Bände in einem Rutsch snacken und könnt die Story in einem Ding vernichten die Bände kosten jeweils 12 Euro ist aber richtig viel zu lesen drin also da sind jeweils 12 Panel meistens auf einer Seite so in dem Dreh manchmal auch ein paar größere dazwischen Textlastig würde ich nicht sagen aber es sind nicht so wo man über eine Seite drüber guckt und sieht nur eine Sprechblase auf der ganzen Seite weil irgendeine Action Szene ist sondern es wird wirklich viel wert auf auf den Inhalt gelegt auf die einzelnen Figuren für meinen Tick sind es mir fast ein Tick zu viele Nebenfiguren da muss ich überlegen wer war das nochmal war das einer von der Farm oder war das jemand aus dem Widerstand oder beides und ja also für mich wirklich eine der besten Spiro Sachen aller Zeiten auch im Vergleich mit Francon und so weiter ist natürlich auch sprich das zu vergleichen mit so einer Klamauk Story wie es natürlich von Spiro auch schon sehr sehr viele gab wo es viel Action gibt aber das Gute ist ja mittlerweile bei Spiro kann sich jeder selber raussuchen in welche Richtung er gehen will sowohl Zeichenstil mäßig als auch inhaltlich bin sehr gespannt wie der gute Emil Bravo weitermachen wird ob er wieder weiter diese Geschichte Epoche zeichnen wird oder ich würde mich natürlich auch mal freuen wenn es andere geschichtliche Epochen von ihm zu sehen gebe das wäre auch mal interessant ob das funktioniert und wie das funktioniert und hoffe dass das schon bald wieder was neues kommt er war sehr motiviert in der Erlang ich hoffe das wird was mit dem so das war's für mir heute viel Spaß weiter bei den Jungs also vielen Dank Breedstorm für diese Besprechung und damit kommen wir dann jetzt zu unserer gemeinsamen Besprechung Patrick Andi und ich kümmern uns um Trip mit Tropf von Josefine Mark erschienen im Kiebitz Verlag 2022 frisch gekürt mit dem Max und Moritz Preis und auch sonst mit Lob und Hymnen und Lorbeeren überschüttet und jetzt gucken wir mal wie wir das so individuell mit dem Comic halten ich fange mal kurz an ich ich lobe einfach mal mit ich finde den wirklich auch sehr sehr gelungen Kurzzusammenfassung es geht darum ein Wolf und ein Hase treffen sich zu Beginn des Comics in einem ich sage mal Krankenhaus quasi mitten im Wald eine medizinische Station im Wald der Wolf wird gerade verpflegt weil er auf einen Jäger angeschossen wurde und der Hase beginnt seine Chemotherapie weil er krebserkrankt ist das wird zwar so nicht ausgesprochen im Comic also das Wort Krebs fällt jetzt im Comic nicht aber das ist es worauf der ja was die Inspiration für den Comic war und was den Hasen eben auch da durch den Comic begleitet und daher der Titeltrip mit Tropf weil er eben am Tropf hängt und diese zwei Figuren und der Hase und der Wolf flüchten weil es wieder einen Jägerangriff gibt und dann wie einen Roadtrip miteinander haben und von einem Abenteuer ins nächste stolpern von Jägern verfolgt werden auf Biker treffen auf andere Wölfe treffen und diese ganze Reise damit verbringen dass der Wolf sich um den Hasen kümmert und dafür sorgt dass der Hase da seine Therapie machen kann und wieder gesund wird und seine ganz eigene Dynamik zwischen diesen beiden Figuren die natürlich Feinde sein sollten der Wolf sollte eher den Hasen fressen statt ihn zu beschützen und sollte sich eher mit anderen Wölfen umgeben statt mit dem Hasen aber da entsteht eine ganz eigene Beziehung zwischen diesen beiden Figuren und also ich habe den sehr genossen ich habe den jetzt auch noch zum zweiten Mal gelesen in der Vorbereitung auch hier wieder schöne Comic Elemente die ich später vielleicht ein bisschen hinweisen werde jetzt frage ich erst mal Patrick wie ging es dir mit dem Comic Ich fand den Comic auch sehr gelungen vor allem weil dieser Spagat zwischen der Tragik und dem Cartoon wirklich sehr beiläufig war für den Kinder Comic hat wirklich ein paar sehr traurige Themen und ich habe ja mittlerweile auch ein paar Leute an Krebs verloren deswegen wenn du mit dem Thema ankommst ist das für mich eh schon mal instant so leicht getriggert ich bin da komplett mit gegangen ich mochte auch die Zitate die teilweise beiläufig passieren wenn der Wolf zum Beispiel so seine Superhelden Landung hat oder der Hase aufwacht und meint willkommen in der Welt von morgen dann merkst du dass da schon sehr große Filmliebe vorhanden ist beziehungsweise dass die Macherin wirklich ein ziemlicher Futurama Fan ist und dieser Roadmovie war wirklich auf so eine Art super sympathisch auch wie der Wolf immer wieder so seinen Ehrenkodex erwähnt und das so eine Art Running Gag wird es hat sich super schnell gelesen und es hat super Spaß gemacht ich habe auch Moore von Zwerchfell noch gelesen also ich finde sie Josephine Mark die ist ziemlich talentiert und schafft das mit einer gefühlten Leichtigkeit der Emotionen und Gags abzufeuern dass man schon sehr beeindruckt sein kann Andi was hast du dass ich total begeistert bin davon dass sie es ja wie sie selbst im Interview gesagt hat schafft hier was was vielleicht irgendwie als Kindercomic daherkommt und ja auch bei einem Kindercomic Verlag dem Kiebitz Verlag da erscheint dass das ja gar nicht so als Kindercomic von ihr konzipiert war sie hat einfach mal drauf losgeschrieben und das ist ja hier besonders spannend der Comic ist ja weitestgehend beziehungsweise zumindest in der Anfangsphase entstanden beim Comic Seminar in Erlangen einer der wenn man so will Comic Institutionen in Deutschland wo sich Comic Artists treffen um halt zu arbeiten und sich gegenseitig zu inspirieren und vor allem eben auch von hochrangigen beziehungsweise bekannten und erfahrenen Comic KünstlerInnen da auch ein paar Tipps abzuholen und genau das hat sie ja auch gemacht sie hat nämlich sehr viel mit dem Ralf König zusammengearbeitet den sie dort beim Seminar kennengelernt hat und der konnte ihr natürlich einfach eine Menge Tipps geben und auch da nochmal Hinweis zum einen auf das Interview das beim Telestammtisch erscheinen wird als auch zu dem Ausgefragt das es von ihr gibt mit ihr gibt beim Comic Talk da sind viele solche Informationen auch drin keine Ahnung zum Beispiel das Pferdezeichnen eine Sache die muss man können und sie hat sich halt eben für diese Tiere entschieden ich kenne Moor jetzt nicht den Vorgänger und das finde ich alles ganz faszinierend wie sie so an das Comic Thema rangeht dass sie zum Beispiel ja auch sich selbst diese Challenge gesetzt hat mit jedem ihrer Werke wenn man so will ein anderes Genre zu bedienen während das Moor ja noch dieses Western Ding war ist das hier ja letztlich ein Roadtrip und das sind natürlich verschiedene Ansätze die du dafür wählen musst und das ist eine Sache die wusste ich wirklich nicht bis ich das irgendwo aufs Auge gerückt bekommen habe nämlich dass sie selbst ja auch Krebs hatte wie es scheint und glaube ich da auch ihrem Partner sehr dankbar für ist wie er in der Zeit zu ihr stand und so und dass natürlich dann auch eine Menge persönliche Erfahrungen hiermit eingeflossen sein müssen in die Entstehung dieses Comics das uns letztlich ja auch durch zwei Figuren präsentiert wird das macht ja den Comic zu dem was er ist diese Interaktion zwischen diesen zwei ungleichen und dann doch irgendwie auf einer Ebene stattfinden Reisepartnern und da steckt so viel drin und ich habe jetzt noch so viele Halbsätze gesagt die wir alle besprechen können also wirklich ich bin auch sehr angetan vor allem dieser Comic ist von diesen ganzen Kinder Comics die ich in letzter Zeit gelesen habe wirklich ein sehr menschelnder Comic das geht irgendwie ziemlich nah und ja wie du es schon gesagt hast ich fand das einfach super auch wie locker flockig sie das macht und auch wie der Wolf da erstmal die Vene suchen muss also das war auch so ein nettes Detail dass das quasi ich weiß nicht wie diese Art Vene heißt aber da wurde ich auch drauf gestoßen im Prinzip gibt es da Leute die 15 Minuten am Tag ihre Vene suchen müssen weil es so eine Eigenart bei manchen Menschen ist sie schafft diese Charaktere so wunderbar lebendig werden zu lassen die sind eindeutig definiert sie haben ihre Eigenheiten sind tatsächlich eigene Charaktere und dann eben dieses Miteinander dieses Zusammenspiel zwischen dem Wolf der so ja das Ganze so in die Hand nimmt und den Hasen unter seine Fittiche nimmt und beschützt eben auch auch vor anderen Wölfen und dann später treffen sie ja dann auch noch diese diese Bären Beate die das Ganze auch so ein bisschen naja so ein bisschen durchschaut der Wolf du hast du hast eigentlich gar keine Verpflichtung dem Hasen gegenüber warum machst du das überhaupt also du jedenfalls nicht aus den Gründen die du immer behauptest so von wegen hier der Wolfskodex verpflichtet mich dazu also das das kann es alleine nicht sein da muss was anders dahinter stecken also das dann auch so eine andere Motivation bei dem Wolf eben ist also dass der Wolf eben quasi entgegen seiner Natur diesem Hasen also dafür sorgen will dass dieser Hase gesund wird und überlebt und hier auch wirklich eine Freundschaft entsteht und hier auch Bande entstehen und das Ganze eben auch mit einem ganz tollen Strich also wunderschön gezeichnet und eine schöne Kolorierung auch und dann auch Patrick hat so ein bisschen Referenzen auch angesprochen also tatsächlich diese Ironman Superhelden Landung des Wolfs das ist mir auch aufgefallen das fand ich auch sehr nett dann gibt es so eine Caspar David Friedrich Referenz in der einen Panel Gestaltung was mir sehr gut gefallen hat war auch relativ am Anfang jetzt eine Seite wo die zwei Figuren so einen Abhang runter purzeln und auf der auf der Seite sind dann auch die die Panels so purzelig angeordnet also in den Panels purzeln die Figuren und die Panels selber purzeln auch noch so den Hang runter also auch hier so eine Dynamik und Bewegung in der Seitengestaltung wo die Form der Seite und des Bildes den Inhalt auch mit unterstützt also ganz toll gemacht ganz tolle Ideen drin also es kommt mit einer mit einer Lockerheit daher das 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 sind das sind so Sachen und das beim Faust war das auch ähnlich so so Sachen wo ich mir denke das sind Menschen die die gerade mal so ihren ersten oder zweiten Comic rausbringen wo du aber siehst dass sie es komplett verstanden haben irgendwie auch die also schon ganz ganz früh einen Ansatz haben wo du denkst ja das das sind ganz tolle Werke und und wir können uns alle drauf freuen dass da noch mehr von diesen Menschen kommt und hoffen auch dass mehr von diesen Menschen kommen dass die nicht in irgendwelchen Brotjobs dann irgendwann so gefangen sind dass sie nicht mehr Comics machen können wie es glaube ich leider vielen Menschen geht also ganz toll und wie gesagt Muro habe ich jetzt auch nicht gelesen aber ich denke auch Trip mit Tropf auf jeden Fall vollkommen zurecht mit einem Preis ausgezeichnet und ja Muro hat es bestimmt auch verdient also das war glaube ich schon jetzt so dieses Jahr so ein Durchbruch für Josefine mag und das zurecht Muro hat es auch ziemlich verdient was ich eben auch super fand du hast erwähnt diese Kolorierung die hatte was schön Aquarelliges dieses Cartoonic Aquarelliges das hatte in seinen Landschaftsaufnahmen wirklich was schön malerisches also du hast da trotzdem noch wie bei einem Film gefühlt so richtig schöne Landschaftsaufnahmen gehabt durch die die beiden gestolpert sind und dann gab es auch diese Gags die so ganz beinläufig waren wie der Wolf der dann auf eine Wolfgang gestoßen ist und trotz allem haben die sich mit so einer gewissen Art Respekt behandelt und dadurch ist auch viel Witz entstanden wirklich durch diese zwischenmenschlichen Töne diese zwischenmenschlichen Töne die waren fast interessanter als die absurde Action wenn er mit seinem Tropf da die Kugel abwehrt da habe ich die Theorie dass das dem Wolf so imponiert hat dass da der Beschützer Instinkt gegriffen hat ähnlich wie der von einem Vater zu einem Kind dass er da einfach direkt so eine Bindung gespürt hat und das kann man eigentlich relativ gut nachvollziehen Wie gefiel euch denn diese Kapitel Aufteilung wie sinnvoll fandet ihr das mich hat das ich will nicht sagen rausgerissen und das war natürlich auch mal ein kurzes durchatmen aber ich habe manchmal nicht verstanden warum das jetzt überhaupt Kapitel sein mussten vielleicht hat sie sich da quasi so einen Punkt gesetzt okay das ist Kapitel Dings und dann hat sie das so drin gelassen ich muss ganz ehrlich sagen ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht an Kapiteleinteilungen ich habe es heute früh nochmal gelesen also ich habe es zweimal gelesen aber an Kapiteleinteilungen erinnere ich mich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht ich fand es ein bisschen unnötig genau man kann es echt in einem Rutsch zack neues Kapitel nächster Morgen aber eigentlich ja kann man schon machen künstlerische Gründe vielleicht auch methodische wird das schon haben aber ich fand es irgendwie unnötig wobei wenn man das als Gute-Nacht-Geschicht lesen möchte und das kann man in einem gewissen Rahmen tun falls es nicht zu aufregend für die Kleinen ist dann ist Kapiteleinteilung gut weil da kann man sagen so jetzt aber nur ein Kapitel und dann gehen wir ins Bett das geht schon muss ich mir tatsächlich nochmal anschauen ich glaube da muss ich nochmal reinblättern und mir das nochmal angucken ich habe es jetzt gerade nicht vor mir deswegen vielleicht ist sie auch ein ziemlicher Tarantino-Fan weil der untertitelt das ja auch immer gerne im Kapitel vielleicht ist das auch einfach nur eine Tarantino-Hommage was ich auf jeden Fall noch sehr gut fand war dass sie es auch schafft mit stummen Panels zu erzählen was ich immer besonders gerne mag bei Comics dass da auch viele ruhige Momente drin sind wo Panel-Sequenzen sind die eben eine erzählerische Funktionen haben wo aber keine Worte gesprochen werden und das auch das ist etwas was für mich auf jemanden hindeutet der einfach Comic erzählen sehr gut verstanden hat eben auch schon mit einem mit einem frühen Werk ich weiß natürlich nicht wie viele keine Ahnung Sachen vielleicht doch in irgendwelchen Schubladen sind oder in irgendwelchen Zeams oder keine Ahnung wie viele Comics für so viele Marc Vormur und Trippetropf schon gemacht hat ohne dass wir davon erfahren haben ohne dass wir die kennen also vielleicht hat sie auch irgendwie einfach wahnsinnig viel Übung darin keine Ahnung oder sie hat offensichtlich anscheinend auch die eine gute Anleitung beim Comic Seminar vielleicht auch mitbekommen aber ja das ist wirklich top also das ist nicht zu Unrecht so gelobt wie es ist ja schönes Ding ich bin gespannt was da kommt ich glaube sie hat sogar erzählt was kommt ich bilde mir ein sie hat von Science Fiction gesprochen oh cool vor allem dass diese zwei Projekte in einem Zeitraum von zwei Jahren stattgefunden haben also nur hat sie 2021 veröffentlicht das hat sie jetzt 2022 veröffentlicht da ist schon enormer Output auf Science Fiction von ihr freue ich mich dann auch richtig und ich hoffe da irgendwann mal in Erlang dann auch ein Sketch abzugreifen die hat mich mit diesen zwei Werken schon so extrem angefixt dass ich sage ja auch die hält die Stange für die guten deutschen Künstler sehr hoch und das mit so einer Lockerheit dass das einfach nur benadenswert ist Absolut das heißt wir alle empfehlen Stark Trip mit Tropf und ich glaube wir haben auch alle anderen Comics empfohlen die wir heute besprochen haben ich glaube ein richtiger Ferris war nicht mit dabei ich weiß jetzt nicht was der Breed über seine Comics gesagt hat wir wissen dass er den Spirum nicht verreißen wird das ganz bestimmt nicht das würde mich wundern außer er sagt plötzlich so ein scheiß Ende über Jahre habe ich das jetzt gelesen und dann so ein Mist aber ich glaube nicht aber können wir vielleicht doch mal weil du gerade das Wort Ende sagst und wir werden es jetzt nicht spoilern aber könnt ihr bitte mir sagen ob euch das Ende von Trip und Tropf gefallen hat ich habe mit etwas anderem gerechnet als das was ich bekommen habe und ich weiß noch nicht ob ich das gut finde es ist ein sehr offenes Ende und das war für mich vollkommen in Ordnung so ich finde es auch schön dass diese Freundschaft ohne zu sehr zu spoilern irgendwo noch eine Auswirkung hatte dass das Bestand hat ich fand das jetzt nicht streitbar ich fand es einfach nur logisch dass da eine Entwicklung stattgefunden hat und ich glaube dass der Wolf dadurch am Ende zu einem Softie wurde noch mehr als das vorhin schon war okay willst du einen kurzen wir können ja einen kurzen Spoiler Alert geben und du kannst vielleicht nochmal ein bisschen kurz ausführen was dir nicht so gefallen hat okay ganz kurzer Spoiler ich stehe ja auf düsteren Shit und wenn die Welt untergeht und wenn am Ende alle tot sind und ein bisschen habe ich das hier auch erwartet ehrlich gesagt die machen diese Reise die wachsen zusammen und am Ende geht das arme kleine Kaninchen an der Chemo kaputt und da waren auch eine Menge Situationen wo ich verstanden hätte wenn es die nicht überlebt hätte und gut es macht da diesen langen Schlaf und da gibt es noch diese Szene mit diesen Bären und so aber ich fand ich hab also ich weiß nicht ja klar es ist ein Kindercomic und natürlich sterben jetzt eher wenige Menschen da oder Figuren dort aber wenn am Ende vielleicht rein interpretiert hätte werden können dass das Kaninchen den Winter vielleicht nicht überlebt hat ich glaube das hätte mich noch ein bisschen mehr getroffen aber es wurde ja dann doch eher leicht aufgelöst das finde ich nett das finde ich auch Kinder geeignet aber ich mag halt wenn es düster ist und deswegen damit habe ich eigentlich gerechnet das finde ich sehr interessant weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet also das war überhaupt nicht das wo ich dachte dass der Comic hingeht ich hätte es wahrscheinlich auch gemein gefunden also wenn ich mir das jetzt so vorstelle wie ich den Comic gelesen hätte und ich bin ja jetzt auch nicht sensibel was Utopien und Dystopien und Düsterenten und so angeht aber es gibt dann manchmal so Erzählungen wo ich das Gefühl habe so wie die Geschichte gelaufen ist hat es nicht dieses düstere Ende verdient und ich glaube bei diesem Comic hätte ich es tatsächlich eher gemein gefunden und ich hätte es wahrscheinlich eher nicht gut gefunden und das Ende so wie es ist ist ja wie gesagt doch recht offen also beide leben aber ansonsten wie jetzt die Geschichte miteinander oder nicht miteinander und überhaupt ihre Lebenswege weitergehen das bleibt relativ offen man hat nur so eine Ahnung davon dass diese zwei zumindest irgendwie ja diese Erfahrung die sie miteinander teilen ihnen eine besondere Beziehung irgendwie zueinander gibt aber ja also mit mit Tod diesen Comic zu beenden mir persönlich hätte es glaube ich nicht gefallen bin da eigentlich normalerweise auf Andis Seite hier war es so ein bisschen welcher das kannst du so nicht sagen ja das sind ja auf Andis Seite aber jetzt sind wir mal auf Andis Seite ähm auf Andi Nord Seite Andi Nord also normalerweise mag ich es auch recht düster ich fand in dem Fall haben die sich ihr Happy End oder ihr offenes Ende quasi verdient die haben zusammen schon einiges durchlitten und es gab wirklich diverse Medien und Serien wo ich gedacht hab mein Gott diese Person stirbt jetzt da vier Jahre vor sich hin ist langsam unlogisch dass sie noch lebt hier hat es mich seltsamerweise mal gar nicht gestört ich weiß nicht was dann der Zass halt mit mir los ist keine Ahnung Patrick wird auch zum Softie wie der Wolf spätestens in der nächsten Folge reiß ich das wahrscheinlich wieder rein also finde ich auf jeden Fall sehr interessanter Punkt sehr schön dass du das trotzdem dass du das noch gesagt hast Andi weil das finde ich sehr sehr interessant muss ich darüber nachdenken cool also dann lasst uns gerne wissen wenn ihr Trip mit Tropf gelesen habt wie ihr das mit dem Ende seht hättet ihr das lieber düsterer gehabt wie der Andi oder seid ihr fein damit wie das Ende gestaltet ist wie es gedruckt ist ihr habt am Anfang gehört über die diversen Social Media Kanäle Telegram Signal etc könnt ihr uns erreichen gebt uns Feedback zu der Folge zu den einzelnen Comics oder empfehlt uns Comics oder sagt uns welche Comics ihr zuletzt gelesen habt und wie ihr die fandet interessiert uns alles wir wollen mit euch diskutieren und findet uns auf den Kellen und kontaktiert uns ich sage vielen Dank in die Runde das war dann die Folge zum 10-jährigen Schrägstrich 2-jährigen Jubiläum der Comic Cookies und wir hören uns voraussichtlich in etwa einem Monat wieder mit der nächsten Folge macht's gut alle miteinander bis dahin ciao ciao zwei Anspieltipps noch ganz kurz wir haben ja auch das Special rausgehauen zu dem Zeitpunkt zum Comicsalon Erlangen wenn ihr da Feedback habt hinterlasst das auch sehr gern und dann hört man den aktuellen Splittercast rein kann sein dass ein euch bekannter Podcaster dort ein bisschen was über die Comic Cookies und sonstige Sachen aus dem Bereich Comics erzählt hat vielen Dank tschüss Lom 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 Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Untertitelung des ZDF, 2020